Ich muss nur kurz twittern. Ach komm, ich sing voll schön, Alter. Sind wir live, hallo? Sind wir, ne? Warte, ich hoffe, dass nichts kaputt gegangen ist. Ich musste Cranker-Update machen. Ich kann nicht die Texte mal löschen. Voll dumm, Alter. Ich habe Penn gelesen. Was ist los, Nighty? Du bist darauf reingefallen. Das ist die Nachricht, wenn ich online gehe. Das habe ich selber geschrieben. Oder ich habe es falsch verstanden. Hallo, ihr wunderschönen Menschen. Warum sind sie müde? Ich bin nicht müde. Du mieses Schwein. Ich bin voll auf Muggels, Alter. Ey, wie geht's? Wie steht's? Heute ein bisschen früher. Ich wollte eigentlich noch früher kommen. Aber habe ich nicht geschafft. Tut mir leid. Dafür Open End so. Wieder bestimmt locker so bis 1, 2 Uhr. Je nachdem, was der Körper sagt und die Müdigkeit und so. Ich habe aber heute vorgesorgt. Ich werde nachher kurz im Stream essen. Dann werde ich mich einfach 5 Minuten kurz muten. Sollte ja kein Problem sein. Sonst habe ich gerade Brötchen gegessen. Ich habe Trinken. Ich habe alles, Alter. Ich habe absolut Bock auf dieses Spiel. Das Spiel ist super, super gut. Super, super gut. Kein ASMR. Mila ist auch dabei. Und Chad. Der Önkel hat heute Geburtstag. Falls der vielleicht im Stream auftauchen sollte, wäre cool, wenn man Happy Birthday schreibt. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Önkel. Hallo, Mila. Hallo. Hallo, Önkel. Hallo. Übrigens kam ein Nvidia-Treiber raus für Harry Potter, Mila, ne? Okay. Vielleicht bringt der was. Vielleicht fixt der ein paar Sachen. Ah, Sven ist geschreit. Happy Birthday. Dankeschön. Vielen Dank. Und der Önkel hat sich das Spiel auch gekauft. Und da der heute Geburtstag hat, gebe ich dem die Hefte dabei und kaufe. Nein, nein, nein. Doch. Heps, Maul. Nein, nein. Habe ich das schon gesagt? Jetzt muss ich das machen. Nein, nein, nein. Du kriegst doch kein Ding. Ich habe deine Paypal-Adresse irgendwo. Nein, hast du nicht? Oh, doch. Nö. Doch. Nö. Dankeschön. Dann fahre ich bei dir vorbei und tue dann in den Briefkasten und schmeiße. Ich weiß nicht, wo ich wohne. Ich weiß nicht, wo du wohnst, du Idiot. Danke. Ich weiß nicht, wo du wohnst. Hey. Mann, warum machst du das denn, Alter? Dankeschön. Ja, wie? Was mache ich? Mann, ich habe vorhin verheimlicht, Alter. Jetzt hast du auch noch deinen Chat, Alter. Ja, warum willst du das denn verheimlicht, nur weil du 30 Jahre alt geworden bist? Happy Birthday to you. Yeah. Du bist alt, Junge. Mr. True Love. Du bist alt. Wobei es noch damals, Johnny, so mit 24, 25, als wir das erste Mal GTA gespielt haben. Boah. Oh, das ist lange her, Junge. Oder mit 20, wo wir SMP gespielt haben. Frank, ne? Frank. Natürlich ist 30 nicht alt. Ich will nur ärgern. Lars, 30 alt. Halt's Maul, ich bin 32. Voll. Ja, du bist ein Opa. Vielen lieben Dank nochmal an alle, die gratulieren. Hey, danke. Dankeschön, ehrlich. Danke. Nice, du hörst dich auch mit 12, du Wichser. So, ich hab alles vorbereitet, Alter. Ich wünsch euch einen wunderschönen guten Abend. Natürlich. Das Spiel ist super gut. Ob ihr das kaufen werdet, entscheidet ihr selber. Ich mach da kein Dings für. Ich sag nur meine Meinung. Ich starte jetzt. Oma, können wir umschalten? Oder loko? Wir warten zwar gleich noch eben so 5 Minuten. Danke, danke, danke. Und bitte nicht spoilern im Chat. Bis noch ein paar mehr reinkommen. Und dann machen wir genau da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Aber gab's da nicht irgendwelche Probleme? Gestern? Ja, doch. Also ich hab gehört, dass viele irgendwie nicht spielen konnten. Ja, ja, mit Steam. Aber das ist irgendwie nach einer Stunde oder so, ist das dann weg gewesen. Das hat ja mit dem Spiel nix zu tun. Ja, genau. Weil einfach nur das rauskommen. Das Spiel selber hat manchmal Stellen, wo ein bisschen die FPS droppen. Aber das kann sein, dass das heute schon... Vielleicht liegt das doch daran, dass ich nebenbei noch streamen oder so. Okay, irgendwas stimmt hier wieder nicht. Die Vorschau in OBS ist auch komisch. Komisch? Ja. Wie? Das funktioniert auch nicht. Dann muss ich loswitchen. Ich weiß nicht, irgendwas stimmt hier nicht? Kodierung überlastet? Willst du mich prellen, Junge? Was ist denn jetzt los? Na, ich glaub, ich warte nochmal mit dem Kaufen. Ne, meine CPU ist auf 100%. Das dürfte eigentlich nicht sein. Pass, Ben. Das war gestern nicht so. Ich mach den raus. Ich lass da mal eben durchlaufen. Das ist komisch, dass er das Spiel gar nicht anzeigt. In OBS. Wie cool ist das, bitte? Jetzt sag ich Fortnite. Da ist vielen lieben Dank für den Preis ab dem 29. Und Devo, vielen lieben Dank für deinen Crime-Sub. Und herzlich willkommen, Dankeschön. Guck mich an, über. Theodor Higgins. Wieder aussehen mit seiner Brille. Junge, voll geil, Alter. Okay, CPU hat sich wieder beruhigt. 32%. Lücken mal ein. Aber dann bleiben wir mal eben kurz stehen. Und warten nur eben. Da mach ich noch eine Duftkerze. Boah. Hä, wo bin ich denn? Oh, ich glaub, läuft deutlich besser. Ich hab irgendwie gedacht, oh, das läuft deutlich besser. Oder? Ich hab überhaupt nicht mehr gezockt, Zack. Ich bin einmal, einmal ein bisschen durch Dings für 10 Minuten oder so nur durch Hogwarts gelaufen. Wegen Grafikeinstellungen testen. Aber ich hab überhaupt gar nichts verändert. Weil alles, was ich gemacht hab, hat überhaupt gar keine Auswirkungen gehabt. Da ist immer nur alles auf hoch. Ja, wie gestern auch. Mal scheiß Mucke ausmachen. So, ich muss einmal CPU beobachten, aber es... Ist eher ein GPU-lastiges Spiel. Hab ich rausgefunden. Aber CPU chillt. 50% mit Stream zusammen. Darf ich dir einen Tipp geben? Lad dir mal DLSS-Swapper runter, dann kannst du immer die aktuellste Version... Achso, das hab ich noch gar nicht gemacht. Stimmt. Das hab ich bei Red... Jaja, du musst das selber updaten, ne? Aber ich mein, das ist ja in Ordnung. Ich hab jetzt FPS-Anzeige an. Ich weiß nicht, ob man das im Stream sieht. Wir haben hier grad 100... 103... Manchmal 120. Diese Drops sind halt nur Äpfel in einem Spiel. Oh Gott, was hab ich gemacht, Junge? Die Drops, wenn man hier... Jetzt zum Beispiel. Jetzt sind wir grad auf 49 gedroppt. Aber ist absolut spielbar. Ohne Probleme. Hä? Obwohl, wenn es hier LP gibt, ne? Okay. Das könnte ich wieder ausmachen. Da sind die Drops eigentlich wieder aktiv? Kann mir das irgendeiner bestätigen? Bei mir im Chat? Ich grinde heute wieder durch, auf jeden. Mila ist sogar jetzt weiter als ich. Ich hoffe, dass die nicht spoilert. Mila? Doppi stirbt. Wer? Na, das ist im Film. Wenn Mila eine RTX hat, kann sie es auch auswählen. Dann hat sie weder weniger Fehler. Mila hat gar keine Fehler, soweit ich weiß. Warum hab ich denn zwei Keys bekommen? Du hast einmal den Key für das Spiel und einmal den Key für den Hippogreifen bekommen. Also so ein Flugmount. Den hab ich mir gestern auch abgeholt, aber ich kann den noch nicht. Hab dann noch nicht freigeschaltet. Wie groß ist das? 75 GB. Sag mal 80 mit deutschem Patch. Wir legen sofort los. Ich mach nur eine Duftkeit zum Warten, ob noch der eine oder andere kommt. Machst du halt auch Namequest und eine Hauptquest? Wir machen wie gestern Freestyle einfach. Alles, was ich so entdecke, machen wir einfach. Wir können doch... Weißt du was? Ich nehm einfach alles an. Alles, was ich fliege. Aber ich verstehe jetzt nicht mit den Drops so. Was ist denn das? Für Drops? Ja, bei dir da. Ja, du... Ganz normale Twitch Drops, ja. Ja, ja, aber irgendwie... Bei der Drops, ne? Ja. Komm ich auf die Warner Bros. Seite. Ja, ja, du musst dir deinen Account erstellen und den verbinden mit deinem Steam Account. Also, brauche ich den Warner Bros. Nein, den brauchst du nicht. Das ist nur für die Drops und so. Ich bin schon alt, ne? Ich brauche noch ein bisschen, bis ich das verstehe, ne? Ja, ja, ich verstehe das schon. Boah, ich nehm die Todessermaske scheiß drauf. Ach, die ist auch neu. Ich hab nur... Ist das von Twitch? Keine Ahnung, Todessermas. Ich bin ein böse Zauberer. Doch, das läuft auf jeden Fall deutlich stabiler durch den Grafikkartentreiber. Hallo, Jay. Ja, fuck you, man. Hallo, Shinorio. Hallo an alle, natürlich. Ich weiß, ich hab heute nicht so viele begrüßt. Spielen sie halt immer aus der Tastatur? Ja, kannst aber mit Controller spielen. Aber ich mag Controller nicht. Nur beim Fliegen in GTA. Angst, Potter? Räum weiter. Und noch ne Frage an euch, Chat. Soll ich die ganze Zeit so Immersion laufen? Wie jetzt? Oder ist das okay, wenn ich so laufe? Wenn das ist Sprint. Ihr wisst doch, das normale Laufen. Das ist Joggen. Was ist das? Das ist ein bisschen entschleunigend, ne? Das ist schöner. Grüßtis. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich... Mit Maul. Ja, das ist Glorpulver-Wahn. Wie hast du dein Ding zunannt? Das ist Joggen. Ich glaube, ich nenne mich Randolf von Dali wieder. Ja, ich wollte... Ne, wir haben immer Higgins gemacht. Hast du dein Twitch auch verbunden? Sicher. Es ist heute eine duale Hilfähigkeit zu prüfen und zu sehen, ob wir einen neuen Schultermien haben. Komm zu üppig Nord für die Vinalrunde vom Kreuzeschnieber. Oh, ja, warte, das mache ich zuerst darauf gespuckt. Jetzt kann ich ja was sagen. Jetzt ist Mila ja vor mir. Hier ist im Duellier-Club. 60 FPS. Das ist in Ordnung noch. Okay. Geht jetzt nicht nur noch... 30, oh Gott. Hast du Discord auch verboten? Nee, das habe ich nicht. Reveglio. Houdini. Goldscope, danke schön für die Wieser vom 66. Mit Stufe 2, mit dem Zaubererding. Das war's für die Wieser. Der war einer Zauer. Reveglio. Diese Rüstung gehörte zuerst Gaglethorpe, dem Achtlosen, der törichterweise ein Bergtort zu einem Spiel Reise nach Jerusalem herausforderte. Hier haben wir 52, 53 FPS. Das sollte aber auch noch in Ordnung sein. Und wir spielen ja auch auf 2K. Warte mal, das ist Hagrid's Hütte. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Warst du auch schon in Hagrid's Hütte, Mila? Ähm, ich habe eine Frage. Ja. Kann... Reveglio. Warte. Kann ich den Treiber auch wieder installieren? Also das zurücksetzen? Äh... Weil jetzt ist meine CPU auch die ganze Zeit voll. Nee, 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 das ist normal, das ist normal. Aber das Spiel hat auch nur ein schwarzes Bild. Ja, das ist normal, statt neu. Also nicht die PC. Mila, es ist normal. Das geht nach ein paar Minuten weg. Das hatte ich gerade auch. Einfach laufen lassen, kurz. Du hast gestern echt paar übersehen von den Sachen. Hilfe, die vervorstellten ist. Dass noch der Herr der Zauberer deine Ansage war. Alles damit... Ja, Bruder. Ich weiß. Als ich gestern Mila zugeguckt habe, hat die auch ein paar Kisten entdeckt, die ich gar nicht gesehen habe, Alter. Aber ist halt so. Ja, geht der Kache wird neu berechnet, schreibt der Yoko. Das ist das, warum das so ist. Ich schwöre feierlich, ich bin ein Tu-Nicht-Gut. Akt 2 nicht alles komplett. Werde ich dir schon wieder geärgert? Wäre geil, wenn man die Kapuze anziehen kann. Kannst du, Bruder, guck. Gehst du hier? Gehst du auf Mütze? Wo war das nochmal? Ne, hier. Hier und dann drückst du rechtsklick. Okay, jetzt ist es wieder normal. Jetzt sage ich doch immer mit der Ruhe, Mila. Nicht, dass du mir mein Spiel kaputt machst. Nee. Nur weil ich weiter bin und besser bin als du. Und stärker. Hallo, Regovt. Und auch hübscher. Ich muss Pilze sammeln. Ich werde nämlich der beste Zaubertankmeister. Ich wollte nur mal kurz anmerken, dass ich mit Potter nix anfangen kann, aber das Spiel ist cool. Oma, guck dir die Filme mal und ehrlich. Und er liest die Bücher. Und Corporal, vielen lieben Dank für die Wii 27. Ich glaube, ich muss gleich Schmerztablette nehmen. Ich muss schon wieder Aura. Nächste Woche Dienstag. Ich habe Zahnarzttermin. Lumos. Lumos. Primär, als ich Streamers gemacht habe, habe ich noch zehn Minuten und bin ein bisschen rumgerannt. Ich habe nicht weiter gespielt. Ich habe ja gesagt, ich spiele nur weiter. Reveo. Im Stream. Hä? 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 Jetzt habe ich Schiss, dass ich immer was verpasse. Ich glaube, wir haben bis drei Uhr noch gestreamt. Hallo, Krumpel. Mann, ich habe mich selbst in die Luft gejagt. Den habe ich schon entdeckt. War ich denn noch gar nicht? Oder? Schmackomat, Dankeschön für den Wii-Sub. Den 34. Negliote. Nein, kann man nicht treffen. Wo schickt denn der mich hin, Alter? Ich habe jetzt auch die Maske auf, Mila. Sieht viel cooler aus. Lumos. Sieht aus wie ein Todesser. So eine Grove Street. Nein, das ist Hagrids Hütte. Ich habe aber jetzt eine Vogelmaske auf. Warum? Denn ich bin ein Welvenclaw. Was geht noch vor? Oh, oh. Ziege. Das ist bestimmt die Ziege von gestern. Ich saue auf mich. Levioso. Mal aufhören, mich immer so zu nennen. Oh Gott. Nein. Nix. Lauf, Ziege. Lauf. Die hat kurz gebrannt, bisschen. Das werde ich melden. Nein. Rebellion. Ich kann Hagrid beklauen gehen. Boah, harmlose getönte Brille. Schön, schön, schön. Ein Satz Werkzeuge, die so, die so kann man vermuten, verzaubert werden können, um alle Arten von Einrichtungsgegenständen für eine gemütliche Hütte zu schaffen. So groß, wie der Bewohner sie braucht. Okay, ich habe 15 von 15. Ich habe es nicht bekommen, wie der Englert. Letz' dir. Boogie. Rebellion. Sonst ist hier nichts. Ich finde das voll cool, wenn er das Buch in der Hand hält. Und das möchte ich gerne öfter haben. Leviose. Akio. Leviose. Sieht interessant aus. Hallo, Losen. Lumos. Wesentlich, wir haben, ich habe einen Greif. Ich will mit dem Greifen fliegen. Rebellion. ich glaube simplex wirkt wie ein nettes kleines örtchen was haben sie jetzt vor es tut so gut dich zu sehen eigentlich steht die auf meiner todesliste bei mir ist alles in ordnung warum haben sie nach dir gesucht wenn ich fragen darf ich habe rupert und halo noch nie getroffen vielleicht verwechseln sie mich mit jemandem ich will die umbringen ein hogwarts schüler so an das recht zu mir die haben mich besiegt glaube ich die war es eindeutig in gefahr im moment steht fest ruckwood und halo sind eine bedrohung für uns beide für uns alle deshalb wollte ich mit dir sprechen alle reden nur noch darüber wie du hogsmeet bei dem troll angriff verteidigt hast und ich werde nie vergessen wie sich serona in den drei besen gegen ruckwood und halo behauptet hat ihr beide habt mich inspiriert selbst stellung zu beziehen wie meinst du das wegen männern wie ruckwood und halo verließen meine mutter und ich das matabele land ich sehe nicht einfach zu wie sie mein neues zuhause zerstören genau pan hätte jetzt inspirieren lassen davon was da denn er war wo da denn der kneipe abgegangen ist könnte gefährlich rupert und halo sind so schon ein gefährliches duo außerdem ist rupert noch mit rennrock im bunde angeblich wurden sie zusammen hogsmeet gesehen noch ein grund mehr sie dringend zu stoppen es wird gemunkelt dass diophilus halo sich um ruckwoods geschäfte kümmert ihn zu stürzen würde ruckwoods gesamte organisation lahmlegen mag sein aber sollte sich nicht officer singer um halo kümmern ich habe sie gesprochen sie war nett wollte aber selbstverständlich keine details mit einer schülerin besprechen ich habe gehört wie einige von ruckwoods leuten über eine von halo geplante wilderei aktion sprachen das könnten wir doch genauer unter die lupe nehmen vielleicht finden wir die beweise die officer singer braucht okay nur wie ich werde weiter meine augen und ohren offen halten und herausfinden was genau halo vorhat ich melde mich wenn ich mehr weiß und denk immer daran ich bin hier wenn du mich brauchst danke nati wir mögen keine wilderei wir sind für tiere das geht hier vor sich da ist eine heule meint in gefahr wir sind übernehmen questen man ach ja ich weiß nicht wenig gesehen haben soll ich war mit meiner forschung beschäftigt ich habe keine zeit für viktor ruckwutsch hört sich kein stück um ihre zeit oder sind die krips alter spricht mr ruckwut würde sich gern unterhalten von der schule das kann doch nicht ich gucke zu wie das licht aus deinen augen verschwindet wer bist du denn alter im bereich sammlung in deinem handbuch gibt es neue gegnertypen kannst du redvoll information über gegner fangen ich habe vergesst wie man das weg macht mit feuer mit feuer ne was in aller welt ist gerade passiert revelium noch nie angegriffen und das so nah an hogwarts was heißt das hier alles in ordnung ja vor allem auch dank ihrer exzellenten verteidigung gehst du eigentlich überall hin oder nutzt du die schnell reise ab und zu schnell reise aber ich laufe ich bin der rinnen victor ruckwutsch liebe und erpresser seine handlanger sie schienen an ihnen interessiert zu sein das ist eine lange geschichte aber danke für die hilfe nun für den moment sind sie sie los mieti mieti meine frau sie weckte mein interesse für merlin schenkte mir ein buch als wir noch in hogwarts waren klassische haffelpuff geniale trankmeisterin hat einen laden in der nokton gasse sie ist eine reisende händlerin sie weiß immer was im hochland vor sich geht sie sind forscherin nora tredwell zu ihren diensten historikerin archäologin und spezialistin für das leben und werk merlins ich dachte merlin arthus und die tafelrunde wäre nichts als märchen mythos seien sie froh dass circa dagan sie nicht hören kann er erzählt in seinem bild in hogwarts ständig von seinem guten verhältnis zu merlin merlin war schüler in hogwarts und ich untersuchte die er vor jahrhunderten hinterlassen hat objekte diese ranken bedeckten von ihnen sie stehen überall ich nenne sie die prüfungen merlins ich vermute er hat sie als ablenkung für seine kameraden in slithering erschaffen er war ein großer liebhaber von rätseln ich weiß nicht ob ein paar alte säulen eine untersuchung wert sind ich halte alles was merlin anbelangt für erforschenswert sie werden schon noch sehen bisher weiß niemand genau wie sie funktionieren aber ich glaube ich habe einen wichtigen hinweis entschlüsselt malvenkraut scheint mir eine wichtige komponente zu sein um die prüfungen auszulösen kein malvenkraut ein vielseitiges kraut merlin erwähnt das mehrfach in seinen schriften ich wollte gerade meine theorie ausprobieren als ich so je unterbrochen wurde jede wirbelmitte in merlins schrift ziert ein anderes symbol das hat mich ins gröbeln gebracht was wenn das malvenkraut in der mitte der symbole platziert werden soll ich bin schlau sie mir die ehre erweisen dann sehen wir ob unsere theorie hält was sie verspricht okay ich habe eine kiste mit malvenkraut mitgebracht die ist dort drüben bei meinem zelt ich gehe die hohlen um machen diese truhe ich habe das malvenkraut wunderbar jetzt sehen sie sich die ranken an den säulen und den steinwirbel auf dem boden an ja jede prüfung hat diese merkmale setzen sie das malvenkraut auf den wirbel dann sehen wir was passiert ok was soll ich jetzt tun das ist neuland stimmt die flammen senken den scheiterhaufen was soll ich sagen die scheiterhaufen sind weder wie am anfang nee das sind doch nur mehr ich habe geschaut da ist merlin was für einen tag ich fasse es kaum da war merlin ich hab geschafft oma das können wir wohl als erfolg bezeichnen das nehme ich wohl an allerdings habe ich jetzt noch mehr fragen wie geht das nur zurück an die notizen vielleicht habe ich etwas übersehen laufen hier eigentlich alle prüfungen so nicht unbedingt aber ich glaube jeder hat diese markanten ranken und ein wirbel auf dem boden lösen sie sie so wie sie ihnen vor die füße fallen ich glaube ich habe alles um mit meiner forschung fortzufahren wahrscheinlich ist für jede malven kraut erforderlich dass sie in hawksmeet finden wenn sie noch mehr benötigen ich muss jetzt muss man kaufen kann man ja ein vergnügen und seien sie vorsichtig hier draußen jetzt wo ich alles habe kehre ich wieder zu meinen sicheren notizen und büchern zurück so entweder gehe ich jetzt nur zurück nach hogwarts und machte die side quest und arbeite mich dann wieder nach draußen ich glaube das wäre das sinnvollste das machen wir jetzt auch weißt du was ich cool finde fürs endgame so war denn wenn man in der duellierhalle so online online kämpfe machen können ich bin mir ziemlich sicher dass das noch kommt weil dafür ist das mit den empfehlen wenn ich nicht aufpassen ich glaube sowas wird noch kommen als dlc oder sowas 100 pro natürlich gegen andere leute duellieren kannst weil du hast dein du kannst dein du hast verschiedene skills jetzt auch du hast ja mehr als ein kannst du ja auch wechseln kann kann ich jetzt noch nicht anscheinend das wird bestimmt noch kommen was ist hier man ich will überall hinlaufen hier ist ein weg das eine pflanze das bestimmt dieses kraut das finde ich ausscheinend das kritisch hier das kommt aber noch schon wieder eine mehrlings prüfung gefunden das zieht schwer ach hier aber wohin damit vielleicht hier drauf ich muss mich mal kurz umgucken das muss hier rein kugel muss da unten rein hallo masahiro und mit kugel und mit kugel ich dachte kurz für einen moment ich bin tot das go xm macht probleme warum hat hast du ach das war es schon boah first try aber wofür sind die dinger denn hier oh klumsaft ich bin so schlau das sollte ich untersuchen ich bin so schlau ich bin so schlau ich bin so schlau monstein so wir gehen jetzt zurück nach hogwarts und dann mache ich mal da an die side quest quest bis wir da keine mehr haben und dann mache ich mit der main story dann mache ich die hier unten und dann die main story weiter ich habe nämlich wirklich glaube ich viel verpasst wofür sind diese ballon dinger ob man die kaputt machen kann wir werden es irgendwann erfahren oder 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 merlin hat es nur so eine so eine so eine dings da passiert nichts aber die aufgabe schon erledigt Die Brücke wird im Film in die Luft gesprengt. Spoiler, Alter. Mach Platz, Hufflepuff. Sind voll stark, die Eulen. Evo, vielen lieben Dank für die Weaser am 18. Einige Schüler glauben, dass ein Wunsch, der am Brunnen der vier Tierwesen geäußert wird, egal ob am Testraler, am Greif, an der Chimero oder am Hippogreif, für jenen in Erfüllung geht, der das Vertrauen eines der vier Tierwesen gewonnen hat. Okay. Kann man leider nicht reinspringen. Testraler sind cool. Bestreift der Schale in Hausfahrt. Reveilion. Die ist abgeschlossen. Schafspelz, Wintermütze. Hallo, habe ich eine F-F-F-F? Was ist das hier für ein Symbol? Achso. Das ist doch auch wieder so ein Rätsel. Da ist ein Symbol. So ein Einhunding. Das hier. Hm. Ganz auf Verbesserung. Achso, da gibt es gar keine Geschichte zu. Ähm. Ja, aber lass das doch wieder fallen. Incentivation. Ah, super. Aber bringt ja eh nichts, wenn ich mich hier drauf stelle. Hm. Okay, machen wir Duellierdings. Die finale Runde der gekreuzten Stäbe. Kann die finalen Runde der gekreuzten Stäbe beginnen? Benz, vielen lieben Dank für Luisa am 12. Ein Jahr, Dankeschön. Greifend. Und Aquamillo, Dankeschön für Luisa am 14. Absolut. Auf jeden Fall. Großartig. Trittst du mit deinem Partner an? Ich glaube, ich kämpfe mit meiner Erzfeind hier zusammen. Weil die ist, glaube ich, stark. Ja, Nati. Dann kann es ja losgehen. Diesen Sieg werden wir auskosten. Ja, recht so. Ja, die sind vier Stück. Voll unfair. Ich sprich rote Schilde, ja, das wusste ich noch nicht. Oh, okay. Oh, okay. Das ist doch so glaub ich. Habe ich schon. Du bist so richtig. Du bist so richtig. Ruhig. Damm. Aua. Hast du schon besiegt? versager in dieser runde hast du es wohl ziemlich ich dachte willst du es noch mal probieren ja klar will ich nur mal kämpfen sehr schön viel glück da draußen ich muss die status effekte von allen glaube ich runterhauen ja komm betreibt nicht auf dem desktop Fuss um! Kein Warum? Nein, ich bin schlecht. Incentive. Akira. Incentive. Mediose. Das etwa alles? Incentive. Mediose. Der war verpackt, oder? Oh, das war knapp. Das war echt knapp. Ich bin noch nicht fertig. Als ob du die erste Runde gewonnen hast, Mila. Nein, die sechste. Aber ich habe gewonnen. Ich kriege jetzt einen Preis. Schwache, aber elegante Abzeichen für Höchstleistungen im Duell zu überreichen. Nee, klar verdiene ich das. Es war mir eine Freude, teilzunehmen. Wohlverdient. Du bist ein ernstzunehmender Duellant. Nachdem wir jetzt einen eindeutigen Turniersieger haben, lende ich mich besser wieder meinen Schularbeiten zu. Wie es meinen Kräuterkunde pflanzen wohl geht? Ich habe mich lange nicht gekümmert. Was habe ich bekommen? Gewandte Champions der gekreuzten Stäbe. Okay. Zeig mir, wo. Inventar. Ausrüstung. Boah. Das ist ja so gebohrt. Das ist legendär. 25 Verteidigung. Boah. Ne, ich brauche... Was ist das denn hier? Ne, ich nehme was Grünes. Das sieht schöner aus. Den brauchen wir nicht verändern. Und schon habe ich noch keine bekommen. Boah, ich habe so Drip, ne? Erkundungen. Oh, mehr Platz für Ausrüstung. Cool, wenn du... Weißt du das schon, Mila? Mit den Merlins Aufgaben? Nichts mehr Platz. Nein, ich will nicht spoilern. Er hat mir voll auf den Hintern geguckt. Ehrlich? Au. Hier braucht man gar nicht reingehen. Das nervt eh nur. Er besiegt zehn schwarzen Magier. Ja, genau, Toadie. Das ist richtig. Kann man hier... Warte, das ist eine Nebenquest, oder? Hallo, Lucan. Ich würde gern mit der Übungspuppe trainieren. Brillante Idee. Dieses Mal wird es etwas anspruchsvoller. Bereit? Ja. Das wäre genial. Wunderbar. Ich bereite alles vor. Wirke wieder alle Zauberkombinationen, bevor die Puppe aufkommt. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Jawohl. Hallo, Herr Juri, Slav, Weasley. Ah! Sehr gut gemacht. Achio. Intendlich. Mediose. Achio. Intendlich. Entschuldigung, ich will dich doch zerfetzen, kleiner Junge. Es war nur eine Puppe. Es war nur eine Übungspuppe. Jawohl, kleiner Mann. Ist das XP? Ja, kriege ich. Die Ingwer-T ist abgeschlossen. Abgeschlossen. Das verstehe ich halt noch nicht. Ja. Vielleicht machen wir das später. Gegen einen Neuling verloren? Damit habe ich nicht gerechnet. Ich bin ein Loser. Dabei hätten wir dieses ja bisschen den Träger zu frei gewonnen. Rivelio. Wir sind hier. Auf dieser Karte ist Ugletscheier abgebildet. Eine Region in Schottland, zu der die Hybriden gehören. Die Heimat des schwarzen Hybriden-Drachen. Cool. Man muss ja überall dieses R machen. Was ist denn das? Feuer. Rivelio. Jetzt wird es zum Clown. Doch nicht. Abgeschlossen. Warte mal, hier war ich noch gar nicht. Oder? Warum ist hier eine Treppe? Wow. Rebellion. Aber hier waren wir schon drinnen. Hier waren wir gestern schon. Rebellion. Hallo Serkan. Auf diesem Porträt ist der Zauberer Barufiwabgebildet, der durch sein Gehirn-Elixier berühmt wurde. Wo dann als Beispiel dafür dient, was passiert, wenn Beschwörungen falsch ausgesprochen werden. Einmal hat er statt einem F einen S ausgesprochen. Und fand sich auf dem Boden wieder. Mit dem Büffel auf dem Brustkorb. Wenn ich meine Arme Kröte noch mal in einen Becher verwandle, wird sie sicher einer bleiben wollen. Deine Kröte ist kacke, Junge. Was hat er denn da, Alter? Oder was zockst du da? Rebellion. Abgeschlossen. Hier kann ich klauen. Floor. Ich sage ja immer, Reisen erweitern. Ist das doch Merlin, oder nicht? Hinter der Statue eine einhörige Hexe verbirgt sich ein Geheimgang von Hogwarts zum Keller vom Honigtopf. Er kann nur mit einem besonderen Zauber geöffnet werden. Aber mit Wäldchen? Rebellion. Mit Foyfoy? Anscheinend nicht. Oh Gott. Oh Gott. Hier war ich ja noch gar nicht. Boah. Rebellion. Ach hier. Herrflich hoch. Ich kann hier gar nicht hochlaufen. Rätsel. 0, 1, 2. Das ist die 2. 2 plus 5. Ne 4, 5, 6. Dann ist das die 0. Das heißt... Der hier. Okay, das ist... Hä? Ach so. Stimmt, noch einer. Aber wo ist das andere? Ich muss das kurz suchen. Rebellion. Diese großen verzierten Sanduhren, die Rubine, Diamanten, Saphira, Smaragd enthalten, sind so verzaubert, dass sie stets die jeweiligen Hauspunkte für Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw und Slytherin anzeigen. Er ist in Führung. Sag keiner. Wo ist... Ist das ein Spiegel? Wo ist das andere Ding für das Rätsel? Da ist es. Okay. Okay. Die 5 müssen wir dann suchen. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Das ist diese komische Krabbe. Okay. Okay. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Halt Mohl. Ich freue mich, darin vorzukommen. Oh. Rebellion. Der Hogwarts-Architekt Herr Jurislav, hier umgeben von den vier Hausmaskottchen, entwarf und überwacht den Bau von Schloss Hogwarts gemeinsam mit der Gründerin Rowena Ravenclaw. Der die Gestaltung des sich ständig verändernden Grundrisses zugeschrieben wird. Hey, Juri ist in Hogwarts. Ha! Ich hab's gelöst, da drätsel. Quidditch-Schutzbrille. Rebellion. Noch irgendwas? Nö. So, mal in den Spiegel gucken. War da nochmal Lumos, glaub ich, ne? Lumos. Das ist die große Halle. Ist das nicht hier? Ja. Boah. Was haben Sie jetzt vor? Oh Gott. Ich frag mich, was die hier essen ohne Teller. Oh. Oh. Ich hab es mir immer. Ich hab es mir immer. Das höre auch nicht, du. Ich hab da. Ich baue das noch mal? Ich hab das noch mal. Ich hab das noch mal. Es geht noch mal. Ah, Lumos. Komm mit, Schmädlinge. Ich bringe dich nach Hause. Und jetzt? So. Boah. Rebellion. Pritzel. Schlange unten? oder 0 11 11 plus 3 14 0 1 2 3 14 okay dann haben wir die 9 7 16 dann brauchen wir die 8 das ist die spinne ich bin der beste mila ja fände auf jeden fall und der mensch denn da fingerlose blau grüne handschuhe kacke ich will schwarzen zauberhut mann die decke der großen halle wurde so verzaubert dass sie den himmel über dem schloss abbildet ok ist anscheinend wolkig und julian dankeschön für den prime 7 7 mila bist du noch da da ist noch was in diesem verzauberten regnerpult halten die großen schulleiterinnen und schulleiter von hogwarts sowie professor black ihre reden jetzt weiß ich ob warum alle schon so vorgelevelt sind sechseckige brille mit goldenem gestell da ist doch bestimmt wieder was dabei was besser als meines und schuhe kann ich noch nicht tragen erst ab 13 13 13 ok hallo gab wieder wieder fit ach du liegst den chat mit mir wie ein tschu abgeschlossen da oben voll voll immer schloss knacken ich weiß ich glaube wir haben sechs fünf stunden gestern gespielt oder so ich weiß es nicht und das ist noch gar nix naja und potter pommes ja es wird dunkel oh gott warst du schon in der halle mila in der großen halle war ich noch nicht scheiße will nicht spoilern war ich wohl bei der hutvergabe ja aber auch ich meine hast du die noch mal besucht nee aber die kerzen kennt man doch auch so ja ist ja auch klar dass die schön ist ne boah die lichteffekte in diesem spiel sind richtig schön und jetzt haben die auch essen boah wie bei schwester komisch boah sieht das lecker aus oh gott diese komischen doch gott lecker 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 jetzt haben sie auch essen ich habe DLC kurz gekauft aber jetzt ist hier keiner mehr ich will durch die tür gehen ich will durch die tür gehen dieses spiel ist so schön siebenminde mittagsschuluniform die ist aber sicher nicht als meine obwohl dieser wasserspeier aus dem rauchström verzaubert scheinen mag ist der in Wahrheit der kamin des havelpuff gemeinschaftsraum können wir eigentlich mal reinpissen ich mag havelpuff nicht bist ne sau du wärst selber bei havelpuff das ist ne gottverdammte Lüge und das weißt du selbst ist es nicht wie viele schluckschnecken schlammblut dein bot hat es selbst gesagt mein bot ja ich teste mein bot haus und der schickt mich nach Slytherin siehste keine Ahnung nur Glück gehabt kein Glück hundertmal hat der gesagt havelpuff frag Oma ne Oma kann heute nicht reden die hat ihr Gebiss verloren Lumos ich hab gestern gar nicht im VOD geguckt Schatz sieht das Spiel im Stream dann auch schön aus? ja okay okay Oma okay nun gut Mila ist ein Mogel nun gut ich mag dieses Geräusch vom Wasserplätscher ne mag Oma nicht mehr hm du ist ja wohl ich nicht Boah Lumos ich schwöre feierlich ich bin ein Mila tu nicht gut tu nicht gut wirst du du bist auch Slytherin weil du böse bist bin ich Slytherin Slytherin bin ein Ravenclaw in mein in mein Herz ist auch schon drin denn ich bin eben Klug KLUK Rebellion das hab ich noch nicht ganz verstanden da yo yo wat ist dat feuer? das sieht mir aus wie Feuer ne wat zum Teufel kann vielleicht Repario Reparo Reparo nein könnte dat denn noch sein soll ich fragen? nee wir finden das alleine raus Rebellion und salzige Pommes danke für die WeSummer 26 wieder mal auf Abenteuertour alt mole was war dat? Rebellion da ist ne Kiste zum Klauen ha boah Rebellion ich bin schon voll reich Mila ich bin voll reich ich bin voll reich was hat die Rebellion vielleicht Crack ja hallo ein Tomatenbaum ein Tomatenbaum links sind die ganzen lassen was ist das denn hier? irischer Hafen das ist ne Aufzug Rebellion ja ich bin voll reich das ist ne Aufzug haha jetzt hab ich kein monster aus dem wasser kommt eigentlich tief unter dem viadukthof befindet sich die anlegestelle für die boote die erstklästle über die großen söhne hochwurz bringen wer hättet gedacht loko dankeschön und stärker dankeschön für die fünf gibt es ab bis kurz wie gold bei angeschöns ja gar nicht jetzt weiß ich ja warum die alle so ein hohes level haben hier nämlich alles der kunden ich bin den aufzug hier runtergegangen der kunde gerade spiegel spiegel das ist oben gewesen ich weiß wo der nicht jede stadt hoch blumos damit kleinen schmetterling ja schön blumos da war gerade eine kiste wirklich gleich gucken rivelion mann hier durch du kannst echt runter zum da will ich hin vielleicht sind ein paar erstkläster die wir verkloppen können alpino dankeschön für den gifte zappen in gett blumos ist so neblig man sieht nicht so viel blumos blumos ich hab noch kein besen ich erkunde gerade oder ist das das haus wo ich gerade drin war blumos Was ist denn da? Das! Da! Will ich spoilern? Das Dobi? Dobi! Das Dobi! Das ist... Nein! Das war Dobi! Rebellion! Bromilla! Rebellion! Wo klingelt das hier? Da! Hier! Der Schwarze See oder Große See, der aktuelle Schulleiter bevorzugt aus reiner Eitelkeit die erstere Bezeichnung, ist ein gewaltiges Süßwassergewässer südlich des Schlosses. In den trüben Tiefen tummeln sich Wassermenschen, Grindelos, Twitch-Zuschauer und andere magische Wassertierwesen. Dazu zählt auch der Riesenkraken, ein überraschend fröhlicher Cephalopodin mit einer Vorliebe für Toastbrot. Aber der gibt keinen Sinn. Rebellion! Tiere essen kein Toastbrot. Inzendien! Rebellion! Oder Mila? Natürlich! Nein! Ich habe keine Heiltränke mehr, ich muss unbedingt mal nach Kräuterkunde! Nein! Aber das ist ja die Main Mission, da muss ich ja hin. Grüße, Flöckchen! Enten essen Toastbrot. Geht eine Ente im Supermarkt und kauft sich Toastbrot? Du meinst, sie wird gezwungen da zu essen, weil man die dann nicht wittert. Ja, wie? Steckst du ihr das ins Maul, oder wie? Nee, aber du schmeißt es hin. Ja, du schmeißt es hin und die schwimmt dahin und isst das. Aber die Ente ist dumm, die weiß ja nicht, dass das Toastbrot ist. Wenn die wüsste, würdest du das nicht essen, oder? Doch, klar. Ehrlich? Sorry, ich kenne mich nicht so mit Amphibien aus. Ist gemein zu mir. Nur weil ich ein besserer Schüler bin als du, Mila. Irgendwann haben wir ein Duell. So, wir werden es schon sehen. Und dann werde ich dich vernichten. Na klar. Glaubst du nicht dran? Nö. Man kann doch kein zweites Set machen, ne? Scheiße. Lumos. Rebellion. Lumos. Wir haben neunster freigeschaltet, den gucke ich mir auch gleich an. Also Klamotten. Ich wollte eigentlich Sidequests machen. Rebellion. Aber irgendwie. Dieses Schloss ist so groß, Mann. Hier waren wir doch schon, oder? Ja. Hier ist doch... Nein! Fuck. Okay, hier Wamba. Pick dich, Pides. Pick dich. Scheiße, Pides. Oh. Oh. Ne, Junge. Oh. 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 Oh boy. Ich werde immer krasser Rammler. Rebellion. Das Wappen von Hogwarts zeigt ein Löwen, eine Schlange, ein Adler und ein Dachs. Das ist gar kein Rabe bei Ravenclaw, ne? Das ist ein Adler. Das ist ein Adler. Ja, das ist ein Adler. Die Tiere stehen jeweils für eins der vier Häuser, so wie das Schulmotto Draco, Dorme, Dormeens, nunquam titilalalululandus. Was so viel bedeutet wie, kitzel niemals einen schlafenden Drachen, vor allem nicht, wenn er Mila heißt. Vielleicht gibt er Gattern. Rebellion. Abgeschlossen. Incentrum. Angst, Potter? Rebellion. Treibweite. Ist die ein Schlaganfall? Ne, die will bestimmt was bestellen. Hier kommen wir im Keller und da müsste der Eingang von Hufflepuff sein. Der versteckt sich nämlich hinter so einer Wand. Boah. Jetzt müssen wir mal eben gucken. Es gibt Sockelsteine für das Gier. Wo kriegt man die denn her? Anscheinend. Gut, haben wir noch keinen. Oha. Ich habe einen legendären Oman gefunden wieder. Ja. Nein, das ist eine Todessermaske. Nein, ich kann noch nicht fliegen. Reveglio. Gott, wo bin ich? Ja. Oh, ich weiß, wo ich bin. In einem der kupfernden Wasserhähne dieser scheinbar gewöhnlichen Waschbeckens auf den Mädchentoiletten ist eine kleine Schlange eingeritzt. Niemand weiß, was sie bedeutet. Ich weiß, was das bedeutet. Ich weiß genau, wo ich hier bin. Hier ist der Eingang zur Kammer des Schreckens. Scheiße, Miele, habe ich dich jetzt wieder gespoilert? Nein, oder? Hörst du mir überhaupt zu? Kann ich kämpfen? Okay. Out of order. Hier wohnt die maulende Myrte. Die Myrte müsste eigentlich noch leben. Oder, oh Gott, die ist noch gar nicht geboren. Reveglio. 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 Lumos. Rebellion Schlangen auf dem Boden Schlangen auf dem Boden Ah! Ne, müsste ich wieder Drehzeln und wo kommt der denn noch immer her? Den Katzenbibis geht's gut. Was war das denn? Was war das denn für ein Tunnel? Was war das denn für ein Tunnel? Die Filme habe ich bestimmt schon acht Mal geguckt, alle. Bücher habe ich nicht gelesen. Die Filme, Lumos. Lumos. Oh, wie soll ich das denn finden? Bist du doch hier, oder nicht? Hier. Da. Komm mit, Schmetterling. Bist du immer noch am Kämpfen, Mila? Mhm. Und jetzt nicht mehr? Aber immer mal wieder. Aber ich bin auch krass. Ich bin auch krass. Ja. Lumos. Du bist gefährlich. Kann ich mir nicht auf der Map? Nee. 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 Ich hab hier auf jeden Fall noch ne Statue und zwei Drohnen und Handbuch Boah, ey, das ist zu viel Ich glaub, Reese Ich glaub, ich mach hier Voll cool Oh Gott Guck mal, die Merkel ist auch da Einfach Angela Merkel Was macht die denn hier? Sag mal, das ist ja richtig frech Direkt neben so einem Nüffler Das ist einfach Merkel, Alter Und da oben ist der Da Vinci wieder Das Gebäude der Die Schule ist riesig Okay Was ist denn hier? Eine Sammlung von Lieblingsrezepten der Schüler von Hogwarts über die Jahrhunderte Einige Gerichte wie eingelegte Lenkpflaumen sind sicher gewöhnungsbedürftig Die Sammlung soll einige von Helga Hufflepuffs Einglärzungen enthalten Nüffe? Welche Nüffe? Appelkuchen Ach, hier ist der Eingang für Dings Hufflepuff Hier ist der Da haben wir die Bären auf diesem Stelle Meine Hauptschule gezählt Sicher sich und verwandelt sich in einen Türknopf Der den Zugang zu den Küchen von Hogwarts freigibt Nimm mich Hier ist die Küche Hier rechts Hinter dem Ding müsste das sein Hinter einem dieser Fässer müsste der Eingang sein Um den Gemeinschaftsraum von Hufflepuff zu betreten muss man an das richtige Fass klopfen Zweites von unten Mitte des Stapels Im Rhythmus von Helga Hufflepuff Ein falscher Klopf verändert mit Zutrittsverbot und einer Essigdusche Scheiß Hufflepuff Ich werde euch alle vernichten, wenn ich groß bin Genau so Manchmal bin ich mir nicht sicher, ob Ronin uns eigentlich ein Zauberspruch beibringt oder selbst übt Findest du nicht auch? Man weiß wirklich nicht, ob der Mann in Hogwarts ist, um die nächste Generation zu unterrichten oder um der nächste Rührig der komische Kauz zu werden Ganz schön große Oh, 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 was ist denn jetzt los? Oh Gott, was wartet Wahrscheinlich während seiner Zeit als Auge Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ach du Scheiße, was war das denn schon wieder? Geht hier komplett Bruch hier alles Habt ihr das nicht gehört? Oh Gott Oh Gott Ich höre ganz, ganz böse auf meinen Kopfhörern rauschen Test, test, test Immer noch Ist das denn für eine Scheiße hier schon wieder? Test, test Einfach aus dem Nix, Alter Nix passiert Ich muss mir die Kabel wieder neu reinstecken Mein Audio macht Faxen Test, test, test Test, 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 test Nein, kein Kabelbruch Hier war ich schon Aber wir gehen trotzdem mal gucken Ne, obwohl Ne, ne, hier war mal Hast du heute schon mal gegessen, Mila? Nein, gerade nicht Schon wieder Immer beschäftigt Genau so ein Hut Ich bin so stark, ne? Herrlich Ich bin auch stark Ja Aber nicht so stark wie ich Aber zumindest ein bisschen, oder? Ist das immer noch kaputt? Weil ich höre mich ganz normal wieder Hörde ich auch ganz normal Okay Hier 70 Euro, by the way Der hat wahrscheinlich wieder diese Breakdance-Socken an Wie der Typ aus Hogsmeade Reveilio Reveilio Und hier ist der Eingang zu Gryffindor Dieses Porträt einer Dame bewacht den Gryffindor-Gemeinschaftsraum Und fragt jeden, der eintreten will, nach einem Passwort Sie und ihre Freundin Violet sind dafür bekannt, dass sie zwischen den Angerporträts umherwandern Und sich gelegentlich an den Weinfässern bedienen, die dort stehen Ahnung Boah, wie Wie war denn das Passwort nochmal für den Gryffindor? Das weiß ich gerade gar nicht mehr Ich gehe wieder zurück und gehe die Treppe hoch Fortuna Mario, genau Und für, für, für Dumbledore, sein Büro Oder, glaube ich, irgendwas mit Zitronen-Sorbi oder so Okay, hier waren wir auch Shit Dann sind wir wieder hier, dann, glaube ich, hier lang Ich weiß das Okay, dann müssen wir, glaube ich, in das Schulgebäude reingehen Da sind, glaube ich, zwei Nebenquesten Zitronen-Sorbi oder so, ne? Sagte, dass sie noch nie so eine gute Leistung auf dem Wesen gesehen hat Sie hat den Rest der Klasse zuschauen lassen Immer wieder eine Musiken Achtung, Künstlerkollegen Nach einer Aufführung steht bevor Cool Da kann man irgendwas mitmachen Hallo Rakim Die Frage ist nur, was Hier nochmal Rüber Aber wir gehen immer runter Na, wir gehen rüber jetzt Ja, aber was kann man hier machen? Ich bin vielleicht nur ganz ein bisschen süchtig Ich habe schon gehört, du hast bis Die ganze Nacht durchgezockt Please no spoiling Hallo Bulli Ja, jetzt sind wir wieder hier Aber die Kiste ist weg Ah, vielleicht muss ich Die Boah, okay sound schon wieder Was ist das denn? Moment mein Tritt Ein Moment Ein Moment Ich hab halt irgendwie ein Problem mit meinem Audio gerade Mediode Achio Mila hast du in dieser Duell Arena, ne? Hast du das Dings da schon gelöst, das Rätsel? Ne Hier Lidioso Achio Er hat geputzt Das sieht aus wie ein Tisch Das sieht aus wie so eine Fackel Achio Achio Lidioso Achio 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 Auch kaputt Achio 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 kann ich jedes mal wenn die uhr hier drüben ist geht hat auf oder die rüber bleibt auf ja cool vielleicht wird aber auch kaputt oder die uhr die frage ist kann ich denn überhaupt gerade schon machen muss ich vielleicht nicht da oben hin und die uhr anhalten muss ich leider gerade aufgeben guck mal später nochmal will zurück ich pop mich jetzt hin hallo mila bist du am kämpfen aber es passiert krasse shit man ja irgendwas klingelt hier wieder ventel über mir Reveilion. Da vorne. Sir Caragorn war angeblich mit Merlin selbst befreundet und wurde als solcher zum Ritter der Tafel-Runde. Obwohl er eigentlich nur in der Welt der Zauberei bekannt ist. Er ist berühmt für seinen Sieg über den Rewind von Y und verbringt nur in seinen Tagen damit, Schüler zu Duell-Nervos zu fordern. Hey. Reveilion. Reveilion. Hey, es macht halt nix. Über mir ganz viel. Reveilion. Accio. Reveilion. 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 Taubalai Von den Bibi Bibi und Tina Klingelt doch irgendwo was Ja Dieser verschnörkelte Springbrunnen besitzt filigran gearbeitete Statuen von Bewohnern der magischen Welt Darunter die steinernen Sirenen, die den Brunnensockel Umdrehen Okay Aber da vorne hat auch nur Ingo was geklingelt Andert Schluckschnecken Wo? Geht halt nicht Rebellion Komisch Dachbohnen Cool Rätsel Ich mag Rätsel Ach hier erklären die das Spiel Ja super Cool Dann ist das die 3 Doppelköpfige Schlange Und da ist die 3 4 5 Dann die 4 0 1 2 3 4 Komische Vogel Ich bin der Beste Rebellion Was geht denn hier ab? Noch mehr Rätsel Full House Maske Was ist das denn? Hannibal Lecter? Oha Einfach Hannibal Lecter Maske Okay Rebellion Oh In diesem Unterrichtsraum lernen Schüler die magischen Eigenschaften von Zahlen und Numerologie Und die meisten von ihnen entscheiden sich allerdings dafür auf der Schulbank Mondkälber zu zählen und dabei einzudösen Okay Was haben wir hier? Haben wir hier die 5? Hopp 5 plus 6 11 Wollen wir die 4 Komische Eule wieder Ich hab ein Fedora bekommen Oh ich hasse dieses Geräusch Oh ne Oh ne Oh Krieg ich gänsehaut Die 8 Ja 0 Die 0 ist Der 5 plus Plus 6 11 Kapp Nee Was? 4 5 Das ist der Lizard Moment 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 Boah! jemand neues bekommen gut dann können wir aber erst mit 15 anziehen ja ich muss bald wieder verkaufen aber ich wollte ja zeitquests machen ich finde die gar nicht wir sind vorne kardusch bitte kein backseat gaming machen wieder mal auf abenteuertür jawohl mhm dann ist da oben wahrsagen sag ich doch dieses stand modell eine handvoll schülern bei der praxis des handlesens helfen je nach winkel in denen die hand gelesen wird sie entweder eine beträchtliche lebenslinie oder wird in voraussetzlich 14 tagen sterben lüge scheiße ja rebeleum ja 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 we Ja we Finished in here God to God Alles okay, Mila? Du bist so hyperkonzentriert Hier waren wir auch Oh Gott, das ist so groß Was will ich denn da machen? Oh Gott, dann ist da auch schon wieder ein Rätsel Vielleicht Symbolung oder Auge Die zwei Haben wir hier, Viereck Fünf Ja we So Wee nix Fünf, okay Inzender Hm, Dreieck Die Eins Und das andere muss die Drei sein Ne, falsch Lumos Seh nix Oh Gott Boah Was war das? Was ist das? Da geh ich runter Das ist der gleiche Aber der sieht, oh Gott Das sieht cool aus Das sieht cool aus Boah Lumos Rivelium Lumos Muss mal eben was löschen Sonst loot ich gleich was richtig cooles Und dann 18, 12 Da löschen wir Den können wir auch löschen Gewiss Laterne Oh, die sieht mächtig aus Da ist jetzt mein schwanzer Zauberhut drin Komm schon Oh Gott Hallo, you can catch me Mila, ich bin super strong Ich bin super strong Ach, für ein geiles Spiel Das macht so süchtig, ne? Ich bin auch super strong, oder? Ja, aber ich bin gerade mächtig geworden Da musst du erstmal hinkommen Du spinnst ja wohl Ja, warte, ich muss mich kurz muten Du musst diese Merlins Aufgaben machen Dadurch kriegst du größeres Inventar Für Mila Aber Mila ist eh weiter jetzt Ich habe keine Ahnung, die hat mich gesehen So, wir müssen Wo bin ich denn? Genau, genau Aber wir müssen Boah, warte mal Hier sind die Schlafsäle und so Und wir müssen Ja, wir müssen wieder da rein Ich habe mich verlaufen, Mann Das ist zu groß Ich weiß nicht Wir waren ganz oben Ja, da waren wir Dann müssen wir wahrscheinlich Rebellion Was ist denn Da unten ist abgeschlossen Wird wann, wird wann Dann hat hier nochmal Wart mal, hier war ich noch gar nicht Lumos Na, ist die Gewächshäuser? Rebellion Lumos Oh Gott Wow Alles abgeschlossen hier Es ist stark, Mila Das Wurzelgeflecht dieses im Zentrum des Gewächshauses stehenden Baumes Ist so weitreichend und verschlungen wie die Kerker der Schule Wir lernen jetzt fliegen Lumos Nicht mich spoilern Mann, du weißt doch, dass man da fliegen kann Und Rebellion Da sind irgendwelche Pflanzen, die gehe ich gleich klauen Ah, die kann ich schon Zip-Tamm-Blätter Boah Why I cannot da rein Da geht's runter Boah Lumos Ey, das Spiel ist so insane Tagsam Mach du schön Heuer Halt die Klappe Oh, die Kastens Rebellion Kack, ärgerer Shad Immer und immer wieder Das wollte ich nicht Aber Hier komme ich rein Ja Ja Clown Ich bin Langfinger Higgins Malvenkraut habe ich gefunden Liebe Frau, wofür es so gar liegt Lieberes Aufmerksam von Ihnen Sie haben sich ja sogar Gemerkt, dass Erdbeere meine Lieblingsfrüchte sind Hey, das sind Zettel von dir, Mila Sie sind so süß Kein Wunder, dass die Muggel verrückt nach Ihnen sind Alles, was sie züchten Scheint von der lesenster Qualität zu sein Vom Bitterwurz Bis zum Kusch Ich hoffe sehr, dass meine Lieben nicht Sich etwas von Ihnen abschaut Während sie unterrichten Lenora vergöttert sich Ich bin mir sicher Das tun alle ihre Schüler Was denn? Was hast du schon wieder entdeckt? Das macht dem Fall Spaß Ja, das ist das schönste Spiel Mit It's Take Two Was ich je gespielt habe Guck mal Boah Kann man die abfackeln? Lumos Das sieht böse aus Steck deinen Kopf rein Nur für zwei Amazon Prime Subs Werde ich meinen Kopf da reinstecken Nein, das geht nicht Nach oben Da gibt es bestimmt noch etwas zu klauen, oder? Ja Die brauche ich nämlich für die Merlin-Aufgaben Erstklassiger Boah Boah Das ist eine Schlafmütze Lumos Rivenio Ich muss erst klauen gehen, Chat Tut mir leid Ich bin halt ein Langfinger Was soll ich sagen, ne? Ich klau halt alles Was nicht bei drei auf den Bäumen ist Damals schon als Kind Eigentlich hab ich nie geklaut Diese orangenfarbene Recht Rettichartige Frucht Hängt Kopfüberschwebend Während sie wächst Einige glauben Sie kann die Fähigkeit steigern Das Außergewöhnliche zu akzeptieren Das sieht aus wie Sack nur ohne Sack Wie der Hulk Hoden Reveillon Vielleicht muss gesagt werden In diesem Stream wird nur die Wahrheit gesprochen Lumos Reveillon Ob man hier oben nicht nur was klauen kann Okay Da unten Warte mal, wie komm ich da hin? Gut gefühlt, ich laufe im Kreis Ich muss da run Runter Das hat doch nichts von New World, Slavik Muss diese klitzekleine Pflanze noch klauen Man kann da nicht runterspringen Reveillon Flussgras Stamm Boah, das werde ich nachher rauchen, Alter Im Gemeinschaftsraum Kiffst du mit, Mila? Ja Sollen wir Flussgras kiffen? In der magischen Pipe? Oh, Slavik Dann gute Besserung Zum Glück arbeitest du mehr P im Krankenhaus Kannst du dich selbst behandeln Boah Der Kiffgraslehrer Wie schön sie wiederzusehen, Lenora Liebes Ach hier Die brauchen sie für den heutigen Unterricht Eine Kleinigkeit für ihre Tante Vitamin D Klasse Die neueste Rose in unserem Garten Put-Esser-Higgins Lassen sie uns gemeinsam wachsen Wie reizend alle wieder beisammen Zu haben Dieses Jahr wird voller Zauber und Aufregung sein Aber das Wichtigste, das wir in der Kräuterkunde kultivieren Ist Cannabis Wissen Der umsichtige Kräuterkundler fürchtet die Venemosa Tentacula Nicht mehr als die springende Knolle Chat halt auch so sexistisch zu sein Heute werden wir uns mit einer lieblichen Knolle vertraut machen Nämlich der Alraunenwurzel Alraunenwurzel Das sind die Dinger, die schreien Mal sehen, was wir für unsere faserigen Freunde tun können, was? Das sind diese Babyknollen Meine Oh, die haben sogar Twitter in Hogwarts drin Die Twitterpflanze Ach, du Scheiße Nö Nö Mila, können wir auch Alraunen kaufen? Die Erde sollte die Wärze wie eine warme schmutzige Decke umhüllen Dann fühlt sich die Alraune richtig wohl Richtig wohl Ja, man stirbt, wenn die zu alt sind Das haben sie alle toll gemacht Die Gesichter in diesem Spiel sehen so gut aus, ne? Als nächstes werden wir Diptam an den Pflanzentischen einpflanzen Sie können anfangen Ich muss nur noch kurz mit... Ob Hippogreife wohl Knöterich mögen? Hippogreife mögen keine Knöterich, aber ich kenne einige, die Knöterich mögen Was? Hier hat so ein Schüler gefragt, ob Hippogreife Knöterich mögen Und die Pflanzen sehen sehr ulkig aus Die sehen halt... Oh, sie ist ulkig aus Ich kenne einige, die das mögen Langsam Ja, Professor? Zuerst einmal möchte ich Sie zu Ihrer Alraune beglückwünschen Sie können recht anspruchsvoll sein Er wäre fast taub... Taub geworden Das stimmt Fast wäre ich taub geworden Nun ja Und der Schrei einer ausgewachsenen Mandragora kann sogar tödlich sein Also schützen Sie stets Ihre Ohren Wie bereits erwähnt, werden wir jetzt Diptam sehen Holen wir also zunächst die Samen Ich habe schon welche aus Hogsmeade mitgebracht, Professor Genau Sie waren in der magischen Rübe? Wunderbar Vorbereitete Schüler wachsen und gedeihen Ich habe Ihnen einen eigenen Pflanztisch im Unterrichtsraum reserviert Das war in der kurzen Zeit gar nicht mal so einfach Sehen Sie die Samen aus und kehren Sie später zur Ernstung Ich kann anbauen jetzt Scheiße, habe ich dich gespoilert? Nein, oder? Aber Zeit zum Wachsen brauchen Sie zu tun Warst du schon eine Kräuterkunde? Ja, schon lange Okay Ich bin ja kein Anfänger wie du Ich kann ihn jetzt Anbauen Das ist so, als würde meine Vergangenheit mich einholen Geh mal weg, ich habe Ahnung davon Maxstum sein 10 Minuten, kleine Pflanze Lungenkumpesterbeschwerst, okay Gut gemacht Sobald er geerntet werden kann, ist ihr Diptam für den Mega-Power-Trank einsatzbereit Professor Sharp wird Ihnen das erklären Ja Nun strecken wir unsere Zweiglein etwas aus und sehen uns eine andere Pflanze an Den chinesischen Kaukohl Kaukohl Einige Pflanzen sind besser für die Verwendung außerhalb des Kessels geeignet Ja In einem Blättchen In einem Blättchen Zum Glück habe ich eine Puppe, an der Sie nagen können Lassen Sie sie ordentlich hineinbeißen Ja, Professor Sie sind im anderen Gewächshaus, gleich am Ende des Weges, der aus diesem Raum herausführt Ihr Klassenkamerad, Mr. Pruitt, wird Sie netterweise begleiten Kenn ich nicht Kommen Sie zu mir zurück, wenn Sie fertig sind Und passen Sie auf Ihre Finger auf Sie beißen Ja Prevet Wo ist er? Ist das Prevet? Der beste Zeitpunkt für die Aussage ist die letzte Saison Ist das Prevet? Ja, ob er oben ist Junge Ich gehe alleine, habe keinen Bock auf euch Da oben ist der Hallo Scheiß Gryffindor Ja, beobachtest du mich, du Stalker? Ich zeige dir den chinesischen Kaukohl Er ist gleich die Treppe da hoch Aber du gehst vor Ja, gehst vor, ich bin nur der Boss Gut gemacht in Verteidigung gegen die dunklen Künste Verzeihung? Dein Duell mit Sebastian Er ist gut Er hält sich für richtig gut Aber du hast ihn regelrecht vernichtet Genial Alle sind so nicht würdig hier Wie Gleckmeier sagen würde Ich hätte Sebastian fast selbst gezeigt Ich meine, wenn Hackett mich nicht aufgehalten hätte Aber hat sie dich nicht vor dem Drachenschädel bewahrt? Pff Typisch Slytherin Andere im Kampf mit Drachenschädeln bewerfen Wir Gryffindors kämpf Hier wären wir Was kämpft ihr? Das ist endlich auch mein, dass du das nicht aussprichst, Junge Scheiß Gryffindor Voll Idioten Weiß man gar nicht Er macht den Rest Seid mal ruhig Erstmal klaue ich die ganzen Sachen hier Das ist nicht der Sebastian Sebastian ist bei Slytherin Der ist mein Freund Oh Schau dir das an Die kauen alles, was sie in den Mund bekommen Schweinerei Können ich die wieder aufheben? Incentive Fese kleine Mistkerle, was? Solche Pflanzen mag ich Keine dummen Bubotubler oder springenden Knollen Was sind denn Bubotubler? Dampf den Rücken stärken Es geht doch allein Aber, naja Stell dir vor, das wäre keine Puppe Sie könnten außerhalb des Gewächshauses bestimmt von Nutzen sein Etwas Hilfe kann nicht schaden Selbst von einem Kohlkopf Da draußen herrscht Chaos Trolle in Hogsmeade und so Wenn es sein muss, muss man eben auch mal Kruziferen werfen Bei Wasserwegerich und Knollenblätterpilz gibt's mehr davon Und Pflanzen, die deine Eltern nicht im Garten pflanzen würden Du verstehst schon Naja Ich verstehe auf jeden Fall Auf jeden, Junge Und schon wieder ist mein Sound Wir sehen uns im Unterricht Hab ich einen Wackelkontakt im Headset? Damte Scheiße Der Mantel ist auch cool Und werfen kann man die So Was, wenn ich da jetzt in Lauf? Aber man kann die nicht mehr aufheben Ins Händen Oder? Nee Okay Das ist richtig cool, dass man seine eigenen Pflanzen anbauen kann So, ich bin wieder zurück Ich habe mich um den chinesischen Kaukohl gekümmert, Professor Bemerkenswerte Pflanzen nicht? Ich hoffe, es war nicht allzu viel Mühe Aber ich sehe weder Bisse noch fehlende Finger gucken Glücklicherweise Denn sie scheinen einen grünen Daumen zu haben Ich bin schon gespannt darauf, wie sich ihr Talent entfaltet Hm Na doch, Pflanzen sind cool Zauberpflanzen sind faszinierend Ich möchte unbedingt mehr lernen Das freut mich Kräuterkunde ist ein unerschöpfliches Thema Pflege deinen Garten Etich Das war wohl alles Kommen Sie ruhig mal zum Plaudern vorbei Ich freue mich immer von meinen neuen Schülern zu hören Ja, 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 komm Hör auf, du Hoffentlich gefällt den Alra und mir neues Zuhause Wird doch irgendwas Neues Ach, mein Hut Level up Hör auf, mein Gehör opfern muss Damit etwas wächst Müssen wir jetzt erst verstehen Das gilt für Flam Wie für Freundschaften Wie cool ist das bitte? Ochens Dankeschön für den Prime Subim 14 Und Muster Dankeschön für die WeSavim 19 Mit Hogwarts Ochens Loi Rebellion Ich denke, wir haben alles leer geklaut Ne, da noch nicht Ich sage ja immer Reisen erweitert den Horizont Er hat sofort auf zu knutschen Was? Mit einem Desillusionierungszauber könnte man Ja, der zittert die Eine kleine eklige Zunge in der Nase hatte Mila Meine Schweinerei Habe ich auch immer Na dusch Du sollst kein Backseat Gaming machen, Bruder Die Oma haut dir gleich auf Finger Und nein, hast du nicht, Mila Hier waren wir schon Hast du nicht Oh Gott Loco ist auch Ravenclaw Loco ist kacke Ich gucke gerade eine Statue dabei zu Wie die eine andere Statue kaputt macht Er war wohl richtig sauer auf den Lumos Frage Geht halt nicht Warum kann ich die nicht reparieren? Intent Rebellion Inzend Junge Ich hab den weggehauen Rebellion Ja, hat irgendwas Wo? Ja Dieser kaputte Besen Gehörte Selina Wodnabi Und ist gerüchten zufolge Das einzige, was übrig blieb Nachdem sie darauf bestand Den anderen Drittklässern Ihre experimentelle Lunare Appariert Zauberkunst Zu demonstrieren Keiner weiß, ob sie Erfolg hatte Cool Danke, danke Du bist am 49 Den kennen wir schon Oben links Oben links Das ist immer so schwer Das ist immer so schwer zu identifizieren Woher das kommt Oder ich bin einfach nur Wo bin ich hier? Ja Diese besondere Urne soll Gerüchten zufolge 1 folgende Inschrift getragen haben Pionier im Drachenzähm Hätte nicht mit den ungarischen Hornschwanz anfangen sollen Oh ja Ich such halt immer noch die zwei Questen Rebellion Ihr Das Motto von Hogwarts Draco Dominus Nunquam Tile Tile Lidin Bedeutet Kids niemals einen schlafenden Drachen Vor allem nicht, wenn er Mila heißt Zum Glück ist dieser schlafende Drache Stein Und wird nie erwachen Er kann gefahrlos gekitzelt werden Incentive Kitzeln Kitzeln Ob wir Drachen sehen werden? Rebellion Na klar, bestimmt Meinst du? Ach, dann gehören dazu Abgeschlossen Was war das? Rebellion Lass mich in Ruhe Er kriegt immer nur Ärger von seiner Frau Abgeschlossen Da war ganz kurz was Ja, das hab ich mir nicht eingebildet Warum? Incentive Ah, ich muss den Frosch suchen Der spuckt mich da wieder hin Rebellion Rebellion Hm Achlo Hallo, ich vielen lieben Dank für den Gibt es jetzt aber einen Schmili Rebellion Rebellion Okay Bullermann kommt von hier da rein Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Als ob der Raum hier sinnlos ist. Oh, das wollte ich nicht. Hupf. 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 Dweb. Ton. What? Ins Händen. Aha. Okay, mein Sound ist schon wieder... Kann doch nicht wahr sein, Alter. Der Sound kann sich doch einfach nicht verschieben, die Kacke. Revedio. Okay, okay. Da waren doch oben noch viel mehr solcher Statuen, oder? Hallo, Beckmeister. Moment mal. Nee, das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn mit meinem Audio los? Test, Test, Test. Okay, jetzt geht's ja. Ja, ich muss verkaufen gehen. Ich weiß. Die ist an. Ich glaube, ich habe... ...irgendwas übersehen. Und das ärgert mich jetzt. Die ist auch... Die sind doch alle an. ... ... ... Warum konnte ich unten... ... 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 Rebellion Mach mich schon wieder verrückt, tja Mediose, Accio, Mediose Mediose Mediose, Accio, Lumos Naja, keine Ahnung Wie immer Wie immer, wie immer Vielleicht muss man später hier wieder kommen, wenn man die Schlösser nicht mal knacken kann Incentive Rebellion Incentive Rebellion Geht hier Geht hier mit schotten muss da was sehe ich denn wie viel platz ich noch hab wie aber hübsch jeder weißt du das weißt du wo ich sehe wie viel platz ich noch habe im inventar hey ist so fies zu mir hier keine ahnung diese wandteppiche erzählen die tragische geschichte einer hexe die von einem werwolf gebissen wurde die beschloss aus ihrem haus zu fliehen um ihre kleine tochter und ihren mann zu schützen ruhig und zufolge schlief ihre tochter danach nur jahrelang bei dem wolfsgurl ein ja cool aber was muss ich hier machen jetzt ja 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 so fing dann an der steht Oh mein Gott! Reveille! Ich geh mal an! Over here? Rebellion Lumos Rebellion Wissen Hier waren wir schon Rebellion Dankeschön Shit Achille 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 Nein Ich dachte schon Tut richtig weh Achille Achille Das ist ziemlich laut Dann müsste der Stream kurz leise machen Oh Was hab ich gemacht? Nein Nein Achille Mirioza Achille Achille Ja, müsst ihr das Stream kurz leiser machen. Sorry. Oder wie soll ich das? Vor allem, wo soll ich das hinbringen? Guck mal, da ist der Frosch. Oh Gott, ich gehe jetzt mal nach oben. Ich gehe jetzt mal nach oben. Mann, ein Schmiede gewonnen. Der will sowas. Scheiße, ich dachte, der bringt mich nach unten. Neuer Griff. Und Gemüter. Der hat mich voll ausgekotzt, Milo. Oh Gott, was soll ich denn hier machen? Das ist ja eine große. Da müsste die jetzt... Da hin, links. Oder? Aber wo? Oh! Ja, das habe ich gerade auch gedacht. Mal gucken, ob das funktioniert. Hm. Äh... Nein! Das ist halt... Nein! Mach's später. Oh, nee. Ich glaube, ich denke auch vielleicht manchmal zu kompliziert. Abgeschlossen. Ich lasse sie erstmal hier. Rebellion. 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 Incentive. Abgeschlossen. Oh, der war echt laut. Spieglein, Spieglein an der Wand Du hast ein Händchen für Schätze Ägyptische Statue Warum hast du ein Händchen für Schätze? Hat sie gesagt Das Fliegen ist so geil, ne? Nicht spoilern Mann, du weißt doch, dass man fliegen kann Jetzt sei doch nicht albern Sei du doch nicht albern Ey, da komm ich ja gar nicht hin Ich geh jetzt levin, ich geh jetzt Quests machen Das ist doch doof Alles ist immer abgeschlossen Ich weiß nur nicht, wohin ich muss Ich weiß nicht mal, wo ich bin Ich glaube, ich muss Dann markier die Aufgabe und drück V Nein, nein, nicht die Hauptaufgabe Es gibt ja so SideQuests Die wollte ich auch machen Ja, aber die kannst du auch damit finden Ich geh jetzt die Quest machen Und wenn ich die nebenQuesten sehe, dann mach ich die auch Ich bin nämlich der beste Zauberer Kannst du fliegen? Ja Ach, hier ist Dobby Dann zeig doch mal, wie du fliegen kannst Muss ich die ja wohl nicht Was war das für ein Zauberer? Beweisen Hier ist Dobby Armer, armer Dobby Platz dahin, loser Warte mal, was ist hier unten? Achso Nee Weißt du, was ich jetzt mache? Erst Ey, das ist ja dumm Mann, das Porten ist dumm Nein Das hier ist dumm Hallo, Nick, Nick Ich geh verkaufen, ja Ich will da eigentlich hinlaufen, aber Oh Gott, die Schule ist so groß Das ist doch mein Laden hier irgendwo Wo waren das? Das war doch hier Das war doch hier Ja, super Ich hab schon super viele Gold, aber ich muss mal mal gucken Ja, Chat wieder nur voller Backseat Gaming Echt unangenehm mit euch Super unangenehm Mein Gott, immer die mit dem Helfer sind rum Jederzeit vorbei, wenn sie in der Gegend sind Aber du bist halt auch schon echt Was bin ich? Loser Du bist ein Loser Weißt du, wie Goldtaler ich schon geklaut hab? Putz auf K Und jetzt geh ich mir was Crap Versager Du bist ein Versager Boah Die kosten 500 Das ist Boah, Zauberhut Der hat aber eine Kackfarbe Boah Ich weiß nicht, ob ich was kaufen soll Den kaufe ich einfach Nein Scheiß drauf Man, warum hab ich den gekauft, ich Idiot Ah, sieht's aus wie einer vom Land Egal Verkauf den wieder, vielleicht kriegt man da nur was für Pause? Geh doch kurz Geh doch kurz Scheiß drauf Sie haben ein gutes Auge für Mode Schauen Sie jederzeit vorbei, wenn Sie in der Gegend sind Fight Mole Klum jetzt einfach T Und ich mach deine Musik an Damit du da hinlaufen musst, du penner Bis drei Uhr haben wir nur gemacht Bei Büchern noch Könnten wir auch immer Scheiße Ich mach jetzt die Story weiter Und wenn ich Dings-Questen sehe, mach ich die auch Ganz einfach Mal sammeln, sammeln, sammeln Ne, 500 gekauft Wird 200 verkauft Ich will doch nur einen coolen Zauberer holen Jetzt hab ich einen mit dem Schweineschwanz Oh, kacke Oh Die Auroren bilden die magische Strafverfolgungsbehörde des Ministeriums und schützen die Welt der Zauberer vor allen möglichen Bedrohungen Insbesondere vor denen, die von der schwarzen Magie ausgehen Dieses Aurorenabzeichen gehört Professor Sharp Ist mir doch egal Ich fick ihn, oh Wun Mit der dunkelste Magie, er entgibt Warten Der Hut ist süß und schön Ich geh jetzt nämlich in Zaubertränkeunterricht Da lerne ich, wie ich meine Heiltränke bastle Zaubertränke ist eines der anspruchsvollsten und gefährlichsten Fächer der Schule Als Fünftklässler müssen sie im Hinblick auf Disziplin und Intellekt neue Höchstleistungen erbringen Wir beginnen das Semester mit einem Mega-Power-Trank Mr. Takar, sagen Sie uns doch, wo sich dieser spezielle Trank als nützlich erweisen kann Ja, wenn man verletzt wird Ja, Professor Sharp Der Mega-Power-Trank dient zum Sterilisieren und kann sogar verschiedene Verletzungen heilen Er kann Verletzungen heilen, aber nicht alle Punkte für Ravenclaw Ja, Punkte für Ravenclaw Vor Abschluss der heutigen Stunde wird jeder von Ihnen selbst einen Mega-Power-Trank gebraut haben Man weiß nie, wann man ihn brauchen kann Beginnen Sie Jawohl, Professor, mach ich Ich schwör, ich google auch nicht Zerkleinern Sie die Zutaten mit gleichmäßigen Bewegungen Das krieg ich hin Vorsicht, wenn Sie den Tränkenpulver hinzufügen Ein Niesen könnte katastrophal sein Oh, meine Hand zittert Oh, Kulump-Saft hinzufügen Blup, blup Blup, blup Boah Ab in der Suppenküche Ich bin der größte Magier in der Schule Mila ist nur Angeberin Misa, danke schön für die Weasel Danke schön Jawohl Gut Fürs Erste finden Sie alle Zutaten in meinem Büro Aber in Zukunft werden Sie Ihre eigenen Zutaten besorgen müssen Einige erhalten Sie von den Pflanzen, die Sie in Kräuterkunde anbauen Seltenere können Sie kaufen Andere hingegen sind womöglich schwieriger zu bekommen und erfordern etwas mehr Einfallsreichtum Kommen Sie her, wenn Ihr Trank fertig ist Dann sehen wir, ob es beim ersten Mal können oder Glück war Du hast ja gar keine Ahnung Wegen der Gerüchte über einen Koboldaufstand hätten meine Eltern mich dieses Jahr fast zu Hause behalten Das hätten Sie halt mal getan Idiot Hat Professor Sharp gesagt, du hättest die Erlaubnis, ein Idiot zu betreten? Warum willst du halt wissen? Ja, aber warum interessiert dich das? Genial Und es ist wichtig, weil du zu etwas wahrhaft Kreativem beiträgst Ich bin übrigens Gareth Gareth Weasley Ich habe ein Händchen für Tränke, wenn ich das so sagen darf Schön, dich kennenzulernen Moment Bist du mit Professor Weasley verwandt? Sie ist meine Tante Behält mich etwas zu genau im Auge Aber sie kann nicht überall sein Hör mal Jedes Trollhirn kann einen Idurus-Trank braun Ich arbeite an etwas, das auf jeden Fall spektakulär wird Ich brauche nur eine winzige Zutat, um ihm den letzten Schliff zu verleihen Das ist doch wohl meine Aufgabe Du bist so schlau wie erhofft Ich brauche nur eine Fuperfeder Da du ohnehin mit seiner Erlaubnis im Schapsbüro sein wirst Könntest du mir doch eine mitbringen Ey, natürlich klaue ich die Ich mag den zwar nicht Ich bring dir die Fuperfeder Wenn du sicher bist, dass Schab sie nicht vermisst? Das wird ja garantiert nicht Fuperfedern sind nicht so wertvoll Warte, bis du siehst, was ich braue Komm schnell zu mir, wenn du die Feder hast Ja, Weasley, ich komme zu dir Keine Sorge Blöder Penner, du Alter Straßenküterfels Erstmal klaue ich die Feder, Junge Was, was, ich klaue hier alles, Alter Mir doch scheißegal Da vorne liegt auch noch Wow Hier ist die Fuperfeder für dich Großartig, danke Das Braun wird eine Weile dauern Du solltest weiter in deinem Edurus-Trank brauen Ich sage dir Bescheid, wenn das hier fertig ist Okay Sollen sie den Liptam schneiden oder zerquetschen? Die falsche Antwort könnte leider zum Verlust ihrer Augenbrauen führen Zerquetschen Du Pisser Zum Glück habe ich die Sachen gesammelt Ich mache erst mal hier Ich brauche Tränke Ach, der macht Ich brauche Tränke nach Ja, super Ich konnte nicht lesen Warum darf ich das nicht selber machen? Aufheben Warum kann ich nicht drei Stück auf einmal machen? Rico, vielen lieben Dank für den Host Für den Raid und Hallo Scheiß, ich brauche den Saft noch So cool, Alter Ich gebe dir den Maxima-Trank Erhört den Zauberschan, das Trinken für kurze Zeit Trinken wird sofort unsichtbar für alle Gegner Und ist dann an den Zeiten eigentlich mehr wahrnehmbar Reduziert die Angegängigkeit für Zaubersprüche Auch cool Erzeugt nun im Trinken in Rom ein Sturm Der nahe Gegner betäubt nur verletzt Ich koche für uns Chat So werden die Tinkepättchen hergestellt Ich fülle die auch selber ab Wenn mir da Bescheid wisst Die dürft gleich alle kosten Ihr müsst euch dann ein Tinkepäckchen nehmen Ich habe keinen Saft Muss ich anbauen Okay Und jetzt das Altenkraut Und Seltsam Was ist da los? Wie cool ist das bitte? Ihr Sucking-Core Trink-Cola Was hast du gemacht, du Idiot? Bah Junge, da klaue ich dem die Scheißfeder Und er verkackt, Alter Was nun, Mr. Weasley? Hurt mir leid, Professor Das heißt mal wieder Punktabzug für Gryffindor Mr. Weasley war es nicht allein Wer ihm geholfen hat Muss sich ebenfalls dafür verantworten Das war Ravenclaw, Professor Das war Ravenclaw Ich habe es genau gesehen Da ist mir einer gefolgt In ihrer Vorratskammer Hat die Feder geklaut Schwöre Ich habe den Edurus-Trank Wie gewünscht gebraut, Professor Dass sie dazu Zeit hatten Sie schienen schwer beschäftigt damit Mr. Weasley zu helfen Nee, nee, nee Das ist eine Lüge Keine Ahnung, was sie meinen, Professor Ich bin nicht sicher, was sie meinen, Professor Wer keine Verantwortung Für seine Taten übernehmen will Kommt bei mir nicht weit Nehmen Sie sich diese Warnung zu Herzen Altmohl Was die Arbeit an ihrem eigenen Kessel anbelangt Haben sie sich heute gut geschlagen Zugegebenermaßen war ich skeptisch Schließlich ist das fortgeschrittener Unterricht Und sie sind neu hier Schön, dass ich ihre Erwartungen erfüllen konnte Kommt selten vor Und denken Sie bitte immer daran Bin ich wohl Man muss nicht nur wissen, welche Zutaten zu vermengen sind Man sollte auch umfangreiches Wissen über die Zutaten selbst sammeln Passen Sie besonders in Kräuterkunde auf Die Pflanzen, die Sie dort pflegen, sind wichtig für die Tränke, die Sie hier brauen Ich empfehle das brauen nur an einem sicheren Ort zu üben Man kann einen heißen Kessel schlecht einfach so rumstehen lassen Das wäre alles Ich denke, wir hatten alle genug Aufregung für einen Tag Wir machen Schluss Du Lappen-Weasley, du bist der größte Lappen-Junge Eine interessante Schulstunde Dank dir Ich hatte es mir anders vorgestellt, aber das war großartig Ich schätze deine Hilfe Ich hoffe, Scharp war nicht allzu unfreundlich, als du deinen Trank abgegeben hast Er hat was von Verantwortung gesagt Du hast mir Ärger eingebrockt, dafür musst du zahlen, Junge Scharp war nicht erfreut Halt mich nächstes Mal aus deinen Plänen raus Wird mir leid, das zu hören Hoffentlich hat er es schon vergessen Scharp mag mürrisch sein, aber ich wette, dass er früher auch Tränke in die Luft gejagt hat Ich sollte gehen Nächstes Mal gibt's weniger Explosion Besprochen Scheiß Gryffindor Werter Slytherin Scrope weiß von dem alten Buch, das sie für Professor Fick gefunden haben Scrope kann ihnen helfen Und sie helfen Scrope Geht sie am Pendel vorbei in den Hof Keine Sorge, sie können es nicht verfehlen Aber sagen sie niemandem etwas Vor allem nicht Professor Black Okay Mach die Tür auf! Wobei es ist ja gar nicht schön, dass die hier was Hier sind die Questen Du verteidigst neuerdings also Hogsmeade gegen Trolle? Man kann es auch übertreiben Weißt du? Was sagst du mir, Bruder? Du drehst die ganze Zeit im Kreis 70 Euro, Alter Komm, ich helfe dir, du Idiot Lumos Boah Was war das denn? Ach, ach da Die Besenflieger schon wieder Hey, was bist du frech? Mal gleich mach ich dich Hexen Hexen zauber Komm doch Dann mach ich dich kranken aus Ich muss jetzt gleich mal was essen Auch noch gar nicht gegessen? Ich hab schon wieder voll Hunger Rebellion Wann fliegen? Irgendwann gleich bestimmt Ah, jetzt muss ich zu dem Ding Dann kann ich bestimmt die Tür öffnen Der hilft mir bestimmt Scrope weiß von dem Boot, das sie gefunden haben Fehlt etwas daraus? Scrope glaubt, dass wir nicht in der Öffentlichkeit darüber sprechen sollten Scrope hat hinter der Brücke beim Steinkreis eine weitere Notiz hinterlassen Passen sie auf sich auf Und zu niemandem ein Wort hiervon Okay Scrope Er ist Scrope Na, Scrope ist der Kleine Elf Dubbys Papa Geh mir nach der Arbeit in Dürüm Der andere Trank, den ich gebraut hab Der war zur Verteidigung Dann hab ich so ne Steinhaut Nicht weniger Damage Hallo Mr. Bauer Das ist ein junger, alter Milch-Baumimuts Danksam Der Hut ist echt ugly Ich weiß nicht, was er zu essen gibt Was ist das für ne Küste Da ist die Notiz Ha Und natürlich Das war jetzt nicht so Doch das war so geplant Passt da Suchen sie nach den Kürbissen gleich unter dem Steinkreis In einem von ihnen werden sie fündig Vielleicht können sie den armen Scrope Mit den gebrochenen Herzen helfen Hm, geil Ah Jetzt weiß ich, wo ich hin muss So Hagrids Hütte muss ich Was war das? Ah, sieh Bleib stehen Feuerzeug Er ist froh, dass ich weiter muss Nein, Hagrid gibt es nicht So irgendwo hier muss die Nachricht Die junge Schlange muss inzwischen unglaublich neugierig sein Frischscrope am Rande des Wassers Bei der Zerboden entstehen Runter zum Wasser Ich hoffe nur, das ist kein Trick Oh ne Helium Nix aus Wo wir Zechendrops Einfach zugucken Ich hoffe, dass die aktiviert sind Dankeschön, Oma Lügner, Yoko Boah, die's a bitch Wer? Die Slytherin-Schülerin Ha, wir von Slytherin 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 Boah, ich mach die so Krankenhausgleichen Nein Vielen Dank, dass Sie gekommen sind Scrope ist der Name Scrope dient dem Schulleiter Er dient seit Jahren der Familie Black Verzeihen Sie die vielen Notizen Scrope wollte sicher gehen, dass Sie nicht verfolgt werden Was hat es damit auf sich? Die Notizen erwähnen das Buch aus der verbotenen Abteilung Scrope sagt Ihnen mehr, wenn Sie ihm helfen Aber niemand, vor allem nicht der Schulleiter, darf es erfahren Okay Ich untergrabe gerne Autoritäten, wenn es mir nützt Den Schulleiter untergraben und dafür etwas bekommen? Ich bin ganz ohr Oh, Scrope hat nicht vor, den Schulleiter zu untergraben Scrope will ihn vielmehr überraschen Scropes verstorbene Herren Apollonia Black Möge sie in Frieden ruhen War vor über 50 Jahren Schülerin in Hogwarts Vor ihrem Tod sprach sie leidenschaftlich von aus einem Buch gerissenen Seiten Scrope vermutet, dass sie diese in ihre private Grotte brachte Am Ende war die Arme im Delirium Verwechselte Holunder mit Tollkirschen Scrope hat versucht, sie zu warnen Tut mir wirklich leid Aber was hast du davon, wenn ich die Seiten finde? Scrope glaubt, dass sich in der Grotte auch ein kostbarer Ring der Familie Black befindet Scrope möchte ihn dem Schulleiter geben Apollonia verbot Scrope vor langer Zeit, die Grotte zu betreten Scrope hält sich nach wie vor an ihren Wunsch Scrope würde es nicht wagen, einen Schüler um Hilfe zu bitten Doch als Scrope erfuhr, dass sie diese Seiten suchen Dachte er, sie könnten vielleicht auch den Ring suchen Woher wusstest du von dem Buch, das ich gefunden habe? Woher wusstest du, dass ich ein Buch gefunden habe? Das ist ein Buch, Wadakidawa, Kudewa Scrope und die anderen Hauselfen sind gut darin, nicht gesehen zu werden Scrope hört und sieht viele Dinge im Schloss Scrope weiß, wie man Geheimnisse bewahrt Erzähl mir von diesem Ring Erzähl mir mehr von dem kostbaren Ring Ihn zieht das Wappen der Familie Black Der Schulleiter würde sich freuen, wenn Scrope ihn zurückholt Okay Und was ist mit deinem Ohr passiert, Scrope? Wie hast du dich am Ohr verletzt? Bei den Blacks hat es Tradition, ihre Hauselfen zu köpfen Wenn ihre Dienste nicht mehr benötigt werden Einmal hatte die gute Apollonia eine berechtigte Wut auf Scrope Und wurde etwas zu eifrig mit einem Beil Scrope konnte das nette Mädchen von seinem Wert überzeugen Und sieht diese kleine Verletzung nun als Erinnerung an ihr gutes Herz Schön, Swiss Schön, Fremdwerbung gemacht Wofür müsste man dich eigentlich mit einem Zauber belegen Das hilft uns wohl Ich hab die Visiten Ich mache es Ja Scrope ist erleichtert Scrope hatte gehofft, dass der Slithering Neuzugang helfen würde Bringen Sie diesen Toast zur Grotte unten an der Küste Und stellen Sie ihn dort aufs Podest Viel Glück Mach ich's, Scrope Viel Glück bei der Suche nach ihren Seiten Und dem Ring Ja, bis gleich Das ist Harry Potter Hogwarts Legacy Angst, Potter Träum weiter Ah, war der Kinder Ich laufe falsch Geil, was ist das Unrealistischste an Harry Potter? Oh, jetzt kommt irgendwie so ein ganz komischer Witz bestimmt Oh, irgendwie was ganz derbes Bitte nicht, Triss Bitte nicht Bestimmt irgendwas mit den Eltern oder so Das sag ich doch Wenn dat die Twitter-Bubble liest, ne Triss Aber wirst du aber gecancelt Dann sag ich dir Too late Was ist denn dat? Oh Gott So Ich hab den So zerfetzt Alter Das ist denn dat die Zunge Sumpf-Kradler-Zunge Kommt Oh Gott, da kommen ja nur mehr Wie viele sind dat? Junge, wie stark sind die? Warum sind die so stark? Das ist das erste Mal, als ich gestorben bin Du kannst Du kannst gar kein Protego machen, ne? Wenn Protego rot ist, nützt dat nix, oder? Das hat wehgetan Das war ne Frage an Mila Aber die ignoriert mich schon wieder Wenn Protego rot ist, dann Du kriegst so ein Zeichen, wo du, ähm Wenn das rot ist, dann Darst du nicht Protego machen, sondern musst ausweichen Oh Gott, ich mach einfach Cheese-Taktik Oh Gott Oh Gott die sind sehr stark also rot ausweichen blaues protege in 10 in 10 Oh, wow. Mediose. Aua. Intendlich. Achio. Mediose. Wow. Macht Bock, wenn das so schwer ist. Du hast ja aber... Du hast ja auch nur eine Millisekunde Zeit irgendwie zu dodgen, ey. Oh, man kann in einem Spiel schwimmen. Sollte sich New World mal eine Scheibe von abschneiden. Und ich spiele noch auf normal, jetzt wo die Oma das sagt. Wie ist denn das dann, wenn du schwer stellst? Oh. Jetzt kommt der Kraken. Ja, kann man, Yoko. Der Kraken ist... Prost. Humus-Scheinbund. Toll, ich habe nur noch einen Trank. Rivelio. Kann das sein? Besuch? Oh Gott. Oh Gott. Mein Name ist Richard Jackdaw. Vor einem Jahrhundert war ich ein Schüler, genau wie du. Aber du bist tot. Wie in aller Welt hast du diesen Ort gefunden? Ja, voll gut. Voll gut. Ich suche hier einen Ring der Familie Black. Ah. Leider habe ich den Ring schon vor langer Zeit verkauft. Armer Scrope. Schwärmt er immer noch für Apollonia? Ich könnte es ihm nicht verübeln. Ich habe all diese Schätze gestohlen, um sie zu beeindrucken. Leider... vergeblich. Ich dachte, eine geheime von Piefs stibitzte Karte würde ihr Interesse wecken. Aber sie hat nur die Augen verdreht. Was soll ich mit vergebten, alten Seiten aus einem Buch? Nicht gerade meine Sternstunde. Dann frag dich mal, warum du tot bist, du Idiot. Ne, ich bin nett zu dem, ich werde ja harm. Ich hätte diese Seiten gerne, wenn es dich nicht stört. Hier sind sie nicht. Ich dachte, wenn Apollonia nicht an der Karte selbst interessiert ist, führt sie mich ja vielleicht wenigstens zu etwas, das ihr Interesse weckt. Also bin ich der Karte gefolgt. Zu einer Art verzauberten Höhle. Und... Tja. Du siehst ja, was dann geschah. Ich hätte da eine Idee. Warum treffen wir uns nicht am Rand des verbotenen Waldes und ich zeige dir, wie du die Seiten sind? Ja. Ja. Aber wie hast du den Kopf verloren? Ich kann mir denken, wie du gestorben bist. Aber wer hat dir das angetan? Beim Umschauen habe ich plötzlich eine erfrischende Brise gespürt. Danach war ich ganz, nun, benommen. Mehr weiß ich nicht. Daher solltest du die Höhle nicht unvorbereitet besuchen. Warum genau, kann ich nichts sagen. Aber du wirkst scharfsinnig. Vorsicht vor einem leichten Lufthauch. Hm. Warum der Toast? Warum brauchte ich Toast, um hier reinzukommen? Das war Apollonias Idee. Manche Tintenfische lieben wohl Toast. Das hätte man dir in Hogwarts beibringen sollen. Haben sie doch. Ich frage trotzdem. Wie ist es möglich, einen Poltergeist wie Piefs zu bestehlen? Ich habe die Seiten nicht seiner Geistergestalt geklaut. Ich fand sie nur auf seinem Pfad der Zerstörung. Er neigt dazu, Sachen kaputt zu machen. Bücher, Flaschen, Rüstungen, was auch immer das meiste Chaos verursacht. Er hat sie nach einer besonders heftigen Rauferei in der Bibliothek verloren. Okay, wir sehen uns im Verbotenen Wald. Wenn das die einzige Möglichkeit ist, die Seiten zu bekommen, treffen wir uns im Wald. Treffen wir uns auch im Verbotenen Wald. Die Seiten sind immer noch in meiner Weste. Wenn dir der Anblick meines nun enthaupteten Rippes nichts ausmacht... Ich zeig dir meinen Zauberstaub. Komm, der war lustig. Okay, ich muss die Brücke reparieren. Das ist ein Hinweis. Eine Karte scheint nicht zu den fehlenden Seiten zu gehören. So, auch ein Kollege. Ich gehe jetzt in dem Verbotenen Wald. Ja, und der Stream ist ab 18. Das war aber nur noch ein scheiß Zaubertrank. Lumos. Lumos Maximus. Na und? Wir lieben verbotene Dinge. Erstmal muss ich zu meinem Kollege gehen. Mit Gambo-Roller. Hallo, Scrope. Dank dir konnte ich Apollonias Grotte betreten. Der Toast war der Schlüssel. Ich habe dort einen Geist getroffen. Richard Jackdaw. Er wird mich zu den Seiten führen, die ich suche. Tja, der Junge war nie gut genug für Apollonia. Äh, was ist mit dem Ring der Familie Black? Leider hat Jackdaw ihn schon vor langer Zeit verkauft. Wie schade. Nun braucht Scrope etwas anderes, um den Schulleiter zu beeindrucken. Scrope tröstet sich damit, dass zumindest der Junge... Die Welt mit 100 gegifteten Subs. Vielleicht stimmt der Schulleiter ja. Danke, Scrope. Du machst den Hauselfen alle Ehre. Das stimmt. Boah, das möchte ich auch geben können. Lumos. Level up. Da oben ist Mondstadt. Okay, wohin des Weges? Okay. Wir müssen in den Unterricht. Entwaffnungszauber muss ich lernen. Wie hieß denn der nochmal? Ich bin zu hungrig, um zu denken. Lumos. Der Sektum Sembra war der Blutzauber. Lügner. Art Bob Lügner. Da seid ihr schon wieder hier. Twitchet. Wann RP. Wann RP. Schon wieder am Dodgen. Nur am Ärgern die ganze Zeit. Wann wir Tink-Gepäckchen haben. Hast dich voll verändert. Alle sagen das. Wann RP. Wann RP. Wann RP. Wann RP. 9011. Oh, da renne ich jetzt aber hin, anstatt zu porten. Weil vielleicht finden wir unterwegs noch Pilze oder so. Ja, das ist der Chat gewesen. Wann. Wann. Wann beim olenturm war ich auch noch nicht. Wann. Harry Otter. Lumos. 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 Gott, wie weit muss ich denn rennen? Dankeschön. Dankeschön. Ja, das wirst du in GoExcel eingestellt. Wo hast du dich abgehört selber? Über das Monitoring, über die Kopfhörer. Und Windows-Audio-Aufnahmen. Und Teamspeak mit Freunden. Boah, kann ich das Spiel hier nochmal spielen? Ist da noch, Chad, gestern, als ich hier hauchhoch gewonnen habe? Hochhaus? Hochhaus? Wie heißt das? Hochhaus. Hochhoch. Gewonnen habe? Ihr wisst, was ich meine. Gibt's dir gut? Ich bin verwirrt. Ich habe voll Hunger. Haus hoch hieß das, genau. Haus hoch, Alter. Was habe ich da gesagt? Und die Frage war berechtigt, Mila. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Okay. Okay. Haus hoch. Geh was essen. Wart mal. Aber... Da kann ich ja gar nicht hinlaufen. Ich muss ja den Entwaffnungszauber lernen. Aber wo? Scheiße. Ich laufe da trotzdem mal hin. Vielleicht lerne ich den da ja. Oh, Flurfliegen. Ich glaube, da hinten sind böse. Chad wieder. Vielleicht schaue ich mich bei Feldcroft mal nach Beute um. Ich würde sagen, dass Irondale-Tabler nicht... Ach, hier. Incentrious. Incentrious. Oh. Die Tierwiesen in der Nähe können jetzt ruhig schlafen. Rivelio. Ich habe die gefällt. Revelio. Das war nämlich wieder Wilderer. Oh, ein Trank. Das ist gut. Performance ist ganz okay. Ab und zu hat man ein paar Probleme. Also Drops. Aber sonst ist gut. Oh, da ist schon wieder so ein Merlin-Zauberding. FPS-Kopf, Junge. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Das hat auf jeden Fall hier was mit zu tun. War das ein Wohl? Oh. 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 Kommt doch, kommt doch. Ach, ich habe den schon besiegt. Ach, Straßenküterfell kriegt man hier. Was für den Schutzzauber? Krank. Cool. Ich bin ja nicht irgendein Fünfklässler, ne? Ich bin ja absolut krass. Das darf man nicht vergessen. Incentrious. Wir müssen irgendwas mit den Dingern hier machen. Aber erstmal muss ich das da drauflegen. Okay. Das war ja super einfach. Ich bin der krasseste Zauberer, Mila. Musste man halt gesagt haben. So, Chat. Ich gehe mal eben zwei, drei Minuten was essen, okay? Dann macht ihr in der Zeit, könnt ihr euch auch was holen. Oder Pipi-Pause. Und ich esse eben. Das klingt doch voll nach einem Plan, oder? Mila ist tausendmal besser. Na und? Dann bin ich halt der zweitbeste Zauberer. Ist mir egal. Ja, geht mal kurz auf Klo was essen. Holt euch mal ein paar Chips oder so. Maximal fünf Minuten. Nein, kein Ase mehr. Ich mute mich. Ich esse nicht gerne im Stream. Dann bis gleich. Ich mach noch Lumos für euch. Weil ich weiß, einige von euch sind 13 und die haben Angst im Dunkeln. Bis gleich. Mila, hast du gehört? Ach ja, Oma. Gute Nacht dann. Und danke fürs Gebeisein, wie immer. Okay, bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bye. scene. Run. Vielen Dank. 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 Oh. 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 Warte. Warte. Oh. 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 Wo steht denn das? Ah, hier, 8 von 24, okay Super, Alter, super Amphibienschutz What is that? Ausrüstungseinschaft, Rezeptbelohnung Amphibienschutz, okay Lupusschutz Ach, das kann man wahrscheinlich auf die Ausrüstung drauf Zaubern Ja, hier Egal, hier haben wir doch irgendwo was Neues Hier Hier wird nicht geschlafen Wir müssen kämpfen gehen jetzt Ich muss nur gucken, woher ich den Zauber bekomme Wahrscheinlich bei irgendeiner Sidequest Mila ist bestimmt auch Essen machen, ne? Uile Nein Nein Reveilion Reveilion Man, ich finde einfach keinen schwarzen Zaubererhut Das macht mich sauer Ich sollte Ein andermal wiederkommen Ah, hier, okay Entgehe erfolgreich gegnerischen Angriffen per Ausweichrolle Scheiß, darauf habe ich gar nicht geachtet Aber welche Art von gegnerischen Angriffen allen Gehen wir mal testen Ich brauche nur ein paar Kann ich hier einfach reinlaufen Mach dich hinfort Das sind Todesser, oder? Kommt her, Junge, ich fette es euch Reveilion Reveilion Oh, den habe ich gedodged Den habe ich auch gedodged Ja, komm Junge, ich bin in der fünften Klasse Du bist ja wachsene Idiot Guck, wenn ich dich auseinandernehme Ich bin in deinem Geld, Junge Was ist das hier? Ich darf hier gar nicht drin sein Wo ist der? Reveilion Einfach blindviech Ich bin einfach ein blindviech Ja und jetzt Kämpfe werden von Gegnern In dieser Kampfarena mit den Unverzeichen Flüchen Nirvana, Kedavra Imperium Kutio Plus den Explosionsflug Konfringo Zusetzt wegen ihren einzigartigen Fernern-Effekten Durchbrechen die uns Alle Schutz Aber Ja Ja, gehen wir rein Oh Gott Gott, Junge Aua Das hat weh getan Achso Imperium Kutio Da kämpft er ja für mich Oh, ich bin tot Neustarten Das mit der Target-Erfassung Ist so richtig weird Irgendwie Das hat man Na ja Oh, ich bin tot dieses deutschen ist halt blau protego rot deutschen ja 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 Oh Es ist zu spät, um deine Fehler einzusehen Im Ferien müssen wir vorher zauber getroffen werden, um sich für andere Angriff verwundbar zu machen Geht nach Sammungsmenü und mehr über die Schwachstände Ja, ok Ich gucke zu, wie das Licht ist, ein Auge zu finden Komm her, Pfeffer . . . . . . . . Futhier nein noch mal muss er üben um der beste zauberer zu werden muss ich wieder vorne doch oder das ist so lehnt und Was ist das hier? Du wirst bereit gehen zu werden. Du wirst bereit gehen. Ich werde davon ausbrechen. Gute including! Bottegus! All bene! Komm her... ja Nein! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich brauche keine Heilung, Bruder! Du hilfst mir? Okay, ich muss mich jetzt mal hochheilen. Aber wie lange ist der unter Imperius? Imperio. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Kein Pack Dodgen! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Gott Alter! Das ist super dumm! Imperio! Und dann warte ich kurz noch... Wann war der Kedawa? Da kann ich... Fuck! Da könnte ich rein! ... ... ... ... ... ... Letzte Welle! Oh Gott! Jetzt wird es so schwierig jetzt! Du hilf! Das war kacke! Erstmal den Troll! Ich bin jetzt so schwer! 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 Du wirst mich nicht aufhalten. Komm, Pringo! Nichts! Ist hier hier! Willst du helfen? Kutio! Komm, Pringo! Jetzt bringen wir's zu Ende. Kutio! Pringo! 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 Scheiße, Alter! Pringo! Komm, Pringo! 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 Was das hier? Du richtig! Wow! Oh Gott, das ist schwierig. Du hilfst hier. Oh Gott, das war's. Ich muss nochmal verneuern fangen. Ich hab nen Tipp, ne? Ja. Wenn du besser campst, dann kommst du auch weiter. Wenn du was? Wenn du besser campst, dann kommst du auch weiter. Also, werd einfach gut. Als ob du das schon gemacht hast. Ich bin schon viel weiter als du. Ich bin schon viel weiter als du. Ich bin schon viel weiter als du. Oh, das geht ab! Kofi! Imperium! Protego! Schwer! Schwer! Ganz vergessen! Ich muss da irgendwas machen, Alter! Dieses Target hin und her switchen! Einmal versuch ich noch! Die unbeschwerde Zeit ist vorbei! Die unbeschwerde Zeit ist vorbei! Protego! Das war ein schwerer Fehler! Ich verankerst du dich! Protego! Das ist gar nicht so einfach, Alter! Das ist gar nicht so einfach, Alter! Wie unverschwerde! Das ist gar nicht so einfach, Alter! 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 Das muss ich einsammeln! Das ist gar nicht so einfach... Da ist gar nicht so stark! Ah! Das wollte ich nicht, das ist ein richtiges Punkt von mir. Das ist ein richtiges Punkt, das ist ein richtiges Punkt. 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 Oh, wow. Oh, wow. Ich war zu früh. Ich war zu früh. Das ist ein richtiges Punkt. Das ist ein richtiges Punkt. Ja. Das ist ein richtiges Punkt. Das ist ein richtiges Punkt. Cool. Das ist ein richtiges Punkt. 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 Wohl steine besorgen geht. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. ne hau, was war das für ein Geräusch ach da das ist einer von Zenobias Koboldsteinen ich verstehe nicht was der Aufruhr soll schön bin ich jetzt automatisch in dem Haus von dem Fanclub oder was ich sollte nachsehen ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde ach hier ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch ich helfe dem kleinen Mädchen platz da hier Loser macht der denn da hinten are you on crack or something macht der da voll cool so ein schönes Spiel jetzt ist natürlich die Frage wie komme ich da hoch ach hier ach ja oh Bruder diese Schule ist so verwirrend Alter also mich wird sie nicht verwirren die Schule doch das ist nicht super groß ich weiß aber ich kenn mich in Hogwarts aus von Gali von Gali von Gali bitte na mach muss ich mir einen Charakter hier erstellen boah ich hab die ich hab die Dinger da oben noch gar nicht aber ich war doch schon überall wieder mal auf Abenteuertour oi ich kann Ihnen wirklich nur dazu raten ein Schiff den Harbesmann zu tragen ach das ist doch falsch ja oh nein ach was mach ich denn ich sollte nachsehen ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde aber wo ach 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 ja das ist einer von Zenobias Koboldsteinen ich verstehe nicht was der Aufruhr soll oh Ritze okay das ist eine 3 die komische Eule die ist nicht hier muss hier sein hab ich gemacht vier vier acht acht warte mal was ja wieder Drehzahl funktioniert guck mal auf der Tafel das was außerhalb in dem Dreieck steht zum Beispiel die 20 müssen die Symbole quasi ergeben ja du fängst hier an bei den Symbolen 0 dann das 1 und das 1 2 3 4 5 6 7 8 9 musst du zusammenrechnen ja rebeleon ey man kann ja den übelsten Playboy machen ja sicher sicher ja klar ja klar boah meiner sieht so aus wie eine Maschine ne meiner ist eine Maschine ey das ist unglaublich boah muss ich überhaupt hier hoch das ist doch von Dumbledore hier um in den Ravenclaw Gemeinschaftsraum zu gelangen muss man mithilfe von Logik und Verstand okay können wir gleich weiter klicken da kommen wir nicht hin aber was klingelt denn hier du darfst nicht zu uns will ich auch gar nicht das riecht komisch bei euch ich bin kein Verbrecher und nur 17 Muggel offen gewesen stimmt ich bin Verbrecher und wie geworden wie soll man denn da hochkommen ich sollte nachsehen ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde mehr tue ich doch gerade ich muss hoch da bin schon wieder voll der blinden Fisch ja weh also guck mal wir haben die 19 in der Mitte dann zwei Symbole das eine Symbol das untere das ist das ganz recht hier das ist die 9 okay und dann haben wir die Schlange dann zählen wir 0 1 2 3 dann 9 plus 3 sind 12 und dann 13 und dann 13 14 15 16 17 18 19 dann zählt man von der 12 bis zu 19 sind 7 dann guckt man sich das Symbol an 0 1 2 3 4 5 6 7 ist hier dieser komische Tentakel links dann geht man da hin und dann tut man ihn da rein und das gleiche macht man oben auch da haben wir die 2 plus 15 sind 17 18 19 20 22 23 die 6 0 1 2 3 4 5 6 ist dieser komische Gecko da und dann geht man in Gecko auswählt und dann öffnen wir es in Hogwarts gibt es kein Thunviech nö dann gehen wir hier rein und klauen die Sachen ey wie schwer habt ihr gemacht? ich hab auf normal gib ein Vorname mal ein Randolf Randolf von Dali von Dali er ist der Macher ne? Rivelio wir gehen in meiner Reise Mann ich weiß nicht was ich damit machen muss was muss man Mila ich muss ich muss dich weit fragen warte kurz bin grad in der Katze was haben sie jetzt oh ok Rivelio ich sollte nachsehen ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde was ist er denn alter kann man doch nachlesen wenn das ist diese ungewöhnliche Rüstung wurde für einen Treuer gefertigt was hier erhalten geblieben ist grenzt an ein Wunder denn Treue tragen normalerweise keine Rüstungen und will sie verständlicherweise mit ihrer Verwirrung oder Wut zerstören hab ich mir fast gedacht ja ja Rivelio oh das ist der Feuerkelch stimmt der Feuerkelch ruht in dieser uralten mit juwelenverzierten Truhe davon geht er seit der grünen und des Trimagischen Turniers im späten 13. Jahrhundert als Mittel zur Auswahl der Champions für das Turnier dass der Tri oh Gott cool cool lohnt sich Edel aber ich sag dir achso Exo Exo ich hab Edel gelesen scheiß ich würde dem Edel direkt sagen man muss viel nachdenken ist glaub ich nix für dich Bruder in diesem Raum befindet sich der Hauspokal Quidditch Trophäen Duell Trophäen und andere Auszeichnungen die von der Schule vergeben werden man findet hier oft Schüler die etwas angestellt haben und das Silber polieren müssen um an dem Wert hatte Arbeit erinnert zu werden cool da kann man was klauen Hogwarts Preis für Kräuterkunde in Anerkennung beispielhafter Fähigkeiten auf dem Gebiet der Kräuterkunde verleiht Hogwarts diese besondere Auszeichnung an Mirabel Garlick Puffe Puffe im siebten Jahr von Alraunen über Mistelzweige und Bo Bubotublan Alter bis hin zu springenden Knollen ihre Arbeit mit der Pflanzenwelt hat alle Erwartungen übertroffen Rebellion Ich hab alle Okay Da sind manchmal so Dinge an den Wänden so ich weiß nicht wie ich die beschreiben soll wie so Blumentöpfe Blumentöpfe? Rebellion Zeig mal Ja warte ich Warte Zeig ich dir sofort Zeigartikel Rüstung wurde als fehlgeleitetes Friedensangebot für den Zentaurenanführer angefertigt Das Geschenk wurde verschmäht und der Boat erhielt zum Dank ein Pfeil ins Bein Die Rüstung selbst die mit Huchspuren übersät war wurde zu einem späteren Zeitpunkt gebogen und erneuert Ne die Steine habe ich schon Und Leo Dankeschön für den Prime War ja kein Subman Look like this Dankeschön Boah sieht cool aus Der Shorty hat auch eine Rüstung bekommen Diese Rüstung für einen Hauselfen wurde angeblich von einem grausamen Zauberer angefertigt Der wollte dass sein Elf ihn im Kampf beschützt Glücklicherweise war der Zauberer zu beschränkt um zu erkennen dass eine Rüstung auch als Kleidung betrachtet werden konnte In dem Moment in dem der Elf sie anlegte disappearte er und verschwand auf Nimmerwiedersehen Weil wir haben ja gelernt Wenn Elfen von ihrem in Anführungszeichen Besitzer Kleidung geschenkt bekommen sind sie frei Wie Wie Dabi Joby Ja Schotti Da sehe ich dich drin Ich habe einfach kein Glück mit den Hüten Komm ich Achso Da hoch komme ich nicht war abgeschlossen Scheiße Warum fragst du uns nicht weil ihr mich immer nur am ärgern seid das ist das Problem Ach scheiße jetzt bin ich da weggelaufen Mila egal Das sind auf jeden Fall so Lampen Keine Ahnung ob du das meinst aber hast du schon mal versucht diesen Feuerzauber darauf zu wirken Ja Alle Zauber schon versucht Weiß ich gerade nicht was du meinst Hallo Kannst du mir helfen Okay Ähm Hallo Hast du mich gerufen Genau ja Ich dachte du hast Interesse mit mir ein kleines Abenteuer zu erleben Genauer gesagt folgen wir einer Schatzkarte Du hast doch nichts gegen eine kleine Verschnaufspause vom Kampf gegen Trolle oder Ich habe Poppy gefragt aber sie konnte sich nicht von ihrem Knuddelmuff losreißen Ich habe zwei Karten Beide führen zu Orten rund um Hogwarts Willst du dir eine ansehen Knuddelmuff Ja okay Machen wir mit Eine Hogwarts Schatzkarte folgen Ich bin dabei Wunderbar Hogwarts fasziniert mich Du kannst den Schatz behalten auf den deine Karte hindeutet Ich will nur wissen wohin sie führt Eine Ahnung wo ich anfangen soll Wo sollte ich mich zuerst auf die Suche machen Hm Nach einem flüchtigen Blick auf deine Karte würde ich vorschlagen irgendwo bei Hacketts Klassenzimmer anzufangen Okay Na gut Ich gehe auf Schatzsuche wenn ich Zeit habe Na gut Wo landen die droppst nochmal die abgeruchert Naja die landen wenn du dein Spiel restartest kriegst du die Okay was Den kenne ich den habe ich kaputt gemacht Ich glaube das habe ich auch schon mal gesehen Brutus Dankeschön für den Prime 7 4 Oh man ist schon schlafen die muss morgen arbeiten Und ich hier schon vorher mal rein Ich gehe Ja, oui. Boah, schon mit drei Silphärs hier. Hier ist das. Ah, ein Nashorn-Skelett. Ich bin auf der richtigen Spur. Bin sauer. Ich hoffe, du hattest mehr Glück als ich bei der Suche nach meinen Koboldsteinen. Hallo, Zenobia. Ich habe deine Koboldsteine. Wirklich? Das hatte ich nicht erwartet. Wie hast du das geschafft? Gesunder Menschenverstand und etwas Magie. Und? Gibst du mir meine Koboldsteine? Eigentlich bin ich ja ein richtig böser Mensch, ne? Aber die tut mir leid. Ich glaube, ich behalte die. Nein, ich werde sie behalten. Das wird dir eine Lehre sein, herumzustänkern. Was? Du willst meine wertvolle Sammlung behalten? Nein, war nicht Spaß. Das war nur Spaß. Natürlich kannst du sie haben. Oh, Merlin sei Dank. Du hast mich ganz schön erschreckt. Obwohl irgendjemand im Gemeinschaftsraum Lust auf ein Spiel hat? Jetzt, wo ich meine Steine wieder habe? Keine gute Idee. Diesen furchtbaren Gestank will niemand ein zweites Mal erleben. Warum nicht? Das macht so viel Spaß. Und jetzt kennen ja alle die Regeln. Also gut, los geht's. Wünsch mir Glück. Jo, was ist das denn, Alter? Jo, was ist das denn? Ich habe immer noch keinen coolen Hut gefunden, Mila. Doch der ist cool. No. Ist nicht okay. Hallo, Samagon. So. Was ist denn hier? Ne, ich bin noch nicht geflogen. Oh Gott. Kann man sich noch mal angucken? Oh Gott, oh Gott. Okay, die Dings haben wir gefunden. An der Statue. Wenn man davor steht, kann man das Inventar auch irgendwie anders aufmachen. Das nervt mich schon wieder. Wenn man davor steht, runter. 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 Dann durch irgendeine Tür und da kommt da so eine Drachenstatue. Wir gucken mal. Runter. Wahrscheinlich durch die Tür geradeaus. Wahrscheinlich durch die Tür geradeaus. Da ist die Drachenstatue. Hinter der Drachenstatue durch die Tür. Also dahinter ist eine Tür. Da ist der Brunnen. Ich komme immer näher. Die deidalischen Schlüssel sind zurück. Genial, oder? Rebellion. Und hier muss irgendwo... Da. Oder? Ne. Dieses Wandgemälde sein. Igleich, Gier. Dankeschön. Das sieht vielversprechend aus. Ja. Nee. Hier. Das sieht aus wie das Porträt auf der Karte. Also, wo ist der Schatz? Wo ist der Schatz? In dem Porträt war eine Tür versteckt. Boah. Boah. Das ist wohl aus Arthurs Suche geworden. Boah. Was habe ich da bekommen? Warte mal, ich teste dabei. I für Inventar. Ne, I, Gier. Was habe ich da bekommen? War nix. Was? Aber ich bin der Schatzkarte doch gefolgt. Oder habe ich die immer noch? Ah, ich muss den... Ah, ich muss abgeben. Genau. Volle Möhre mache ich die Schatzkarte, Mila. Die deidalischen Schlüsse sind zurück. Genial, oder? Ich weiß nicht genau, ob der Schuhleiter... Ich habe da doch gar nicht kaputt gemacht. Ich habe da doch gar nicht kaputt gemacht. Wie geht es mit deiner Schatzkarte? Ich habe den Schatz gefunden. Ich wollte dir sagen, dass die Karte zu einer Tür führte, die in einem Porträt versteckt ist. Oh, wie clever. Meine führte zum Bootshaus. Kaum hatte ich den Schatz gefunden, kam der Schulleiter. Er hat mich verscheucht, aber da hatte ich schon ein paar Galleonen eingesteckt. Was hast du gefunden? Ich glaube, ich habe die Uniform eines Historikers gefunden. Oh, du Glückspilz. Dann hatten wir ja beide Erfolg. Toll, dass du mitgemacht hast. Wer ist jetzt mein Freund? Weiter geht's zum nächsten Hogwarts-Geheimnis. Ob ein schneller Blick durch Weasleys Büro wohl etwas Interessantes offenbart? Weasleys Büro, das ist ein Hinweis gewesen. Mietze, Kötze. So. Rebellion. Was haben wir hier? Schatzkarte. Jetzt machen wir die Mainstream. An der unten waren auch noch... Wir gehen wieder runter. Wir gehen wieder im Hof. Wir holen die Nebenquisten. Wo war nochmal Weasleys Büro? Scheiße. Ey. Scheiße, aber... Wo war denn der Spiegel nochmal? Rebellion. Oh Gott. Wo war der Spiegel nochmal? Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Rebellion... Halt die Klappe zu, Gucka. Ihr seid nur im Ärgern. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Na Katsa. Ich habe noch hier vorne irgendwo. Revedio Ja Lumos Okay, ich komm sofort wieder Ja, komm Ihr habt auch nicht mehr die besten Augen mit 30 Ich glaub, ich muss nach oben, oder? Genau Ein cooler Zaubername ist Higgins mit Nachnamen Nicht Fundali Fundalis Kacke Ja, dann nimm doch Fundali Was kommst du denn hier rein? Und laberst uns voll Mit deinem Scheiß Wie viel West? Okay, das haben wir auch Flange ist gut Also ich muss porten Ich verlaufe mich, Mila Ich blick da in der Schule überhaupt gar nicht durch Der Duellant, den es zu schlagen gilt Mit mir zu Passt ja auf, meine Kinder Und hallo, Bombali Und hallo, Bombali Ruhe Oh, da renne ich jetzt aber hin Servus, Professor Monu Und dann nenne ich schon wieder die Fünfte wiederholen Bin schon 28 Und immer nur in der Fünfte, Mann Hier können wir bestimmt wieder Floor fliegen einsammeln kurz Und dem Twitch-Chat hallo sagen Hört er es? Ja Weißt du noch, wie der Gypsy schon mal genannt hat? Der war ja auch ein Fundali, aber wie hieß der denn mal im Vornamen? Keine Ahnung Der hat zu wenig mit uns gespielt, weil er einfach kein Freund ist Der sagt, der war Randolf Ich war Randolf Fundali, ne? Ja, ja Okay Laufigens Keine Sorge, noch zwei Jahre, dann kommst du Aus-O-Matisch Aus der Schule, Külti Das war halt zu alt Halt einfach durch Du solltest mal lieber wieder in die Schule mit deinem Aus-O-Matisch Hallo Z Oh, die Schatzkarte Meine liebste Apollonia Würdest du dich mir zu einem Picknick anschließen? Ich weiß, dass du eine hervorragende Pastete aus Cornwall fasst So sehr magst wie einen guten Kimi Ich hoffe, dich bald wiederzusehen Dein Richard Ich habe einen Liebesbrief gefunden, Mila Ja, komm, Kerzen, ich folge euch Das ist kein Problem, wir schaffen das alles im verbotenen Wald Mila, nach was riecht dein Zauberstab? Banz Hey Hey Die haben sich da hingeportet Da ist doch irgendwas im Wasser Ja, wer ist? Achio, inzend mir. Inzend mir. Experry am. Einfach. Lumos. Dumos. Wer sind die Verbrecher da? Und was machen die im verbotenen Wald? Haben die nicht die Schilder gelesen? Da vorne sind Spinnennetze. Extreme Danger, das ist mein Vorname, Alter. Der Schatz muss in der Nähe sein. Ja. Der Schatz ist bestimmt in der Nähe. Revelium. Lumos. Ein Picknick im verbotenen Wald halten manche vielleicht für romantisch. Wir haben jetzt ein Picknick im verbotenen Wald mit mir. Ich habe ein Händchen für Schätze. Schade Schatzsucher. Ein Hauch von Liebe. Boah. Im Kampf bin ich noch nicht so gut. Aber im Suchen. Revelium. Lumos. Also noch überzeugt, der wollte mich nicht. Ich fühle mich, ich habe hier keine Angst. Irgendwie. Wir warten. Hier bin ich. Oh. Wie versprochen. Oh. Da. Danksam. So sieht man sich wieder, Richard Jackdaw. Es überrascht mich nicht, dich hier zu sehen. Es braucht die Gerissenheit der Slytherins, diese Seiten aufzuspüren. Schön gesagt. Wie geht es jetzt weiter? Folge mir. Ich werde dich so weit bringen, wie ich kann. Aber ich fürchte, es widerstrebt mir, den Ort meines Ablebens aufzusuchen. Halte Ausschau nach einer Vogeltränke. Wenn du sie findest, sag Intramuros. Intramuros. Ich glaube, das ist Latein oder Griechisch. Wie du dir denken kannst, habe ich in der Schule nie gut aufgepasst. Wollen wir? Ja. Gibt es neben der Vogeltränke noch etwas zu beachten? Ja. Es gibt einige Orientierungspunkte. Steinbrücke, Wasserfall und ein See, denke ich. Du wirst schon sehen. Ich bin mir das Gefühl, dass er mich in der Falle lebt. Danke. Ja, fuck. Bruder, warte. Das ist erstaunlich, wie viel mir unglücklicherweise wieder einfällt. I. Mit den wir uns nähern, kehrt mehr meiner Erinnerung zurück. Am besten lasse ich dich nun allein. Bleib einfach aus dem Weg und halte Ausschau nach der Vogeltränke. Adieu. Ist das jetzt Latein? Oder doch Griechisch? Adieu. Nein, Schwedisch. Du willst dich also mit mir fetschen. Ach, mein Sound ist schon wieder kaputt. Protego. Protego. Expeljam. Archeo. Intent. Mein Sound ist kaputt. Mila, sag mal bitte was. Was haben Sie denn? Mila. Nö. Ja, aber bei mir ist der kaputt. Ja, aber bei mir ist der kaputt. Oh, mein Name. Hey, der ist immer nur rechts. Och Mann, das ist doch so dumm. Ich weiß nicht, was das ist. Ich mach nix und es verändert sich einfach. Lumos, Incendium. Lumos. Unter dich, wenn du weißt, was ich meine. Oh Gott. Incendium. Stub. Accio. Niemand entkommt mir. Ich finde dich wie ein Streeler. Sollen wir beenden, was wir bekommen. Expelliarmus. Protego. Du wirst schnell... Incendium. Brennen. Irgendwie das Gefühl, dass sie ein bisschen so stark sind für mich. Reveglio. Bevor ich da zu Dings geh, werd ich die Esser fetzen. Ich bin her. Accio. Incendium. Ah! 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 Hier, Protego, Two-Fort, Incendio, Kenyatta, Ah, es war noch da. Incendio, Incendio. Ich wüsste mir eine Leicke drauf zu bielen, ne? Wir sind ja, fängt jetzt schon wieder an, Alter. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das was mit dem Spiel zu tun hat. Ach, man kann nicht mehr looten dann. Doch, come on. Viecher, Viech. Incendio. Achio. Reveilion. Hey, ich kann das nicht looten. Reveilion. Warum hast du ein Merlin-Ding wieder? Was sind das eigentlich? Oh Gott, was ist das denn? Habe ich echt weggeguckt? Nee. Die wollte ich nicht gucken. Ich habe doch gerade so eine... Ey. Ich habe doch schon... Ey, das nervt so sehr, ne? Okay. 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 Ich liebe das Spiel. Ich habe gerade nichts. War Moorhuhn ein bisschen besser gewesen? Moorhuhn? Ja. Der Wasserfall. Ja. Für einen Dieb ist Jektor überraschend verlässlich. Moorhuhn war ich. Reveilion. Ja, oui. Ja, wie, wie. Die Blutziegelsaft. Ich bin im verbotenen Wald, Mila. Ja. War auch schon da. Aber du bist nicht viel stärker als ich. Oh, doch. Glaub mir. Und du wirst auch noch herausfinden, warum. Oh, was sind das denn für Dinge? Knuddelmuff! Knuddelmuff! Leviose! Bleib hier, ich will dich gucken. Knuddelmuff! Ach hier! Come here! Noch mehr Knuddelmuff! Lass denen rum! Schau mal! Die rennen von mir, oder die rollen von mir weg. Incentive! Ich mach den Tod. Ach hier! Komm jetzt her! Ich will dich sehen. Der ist niedlich, der ist mein Freund. Der Knuddelmuff. Aber warum sind die im verbotenen Wald? Die müssen aufpassen. Nachher kommt noch ein, noch ein verrückter Fünfklässler, der die töten will. Da sollte man schon vorsichtig sein. Ehrlich. Ah, der ist noch zu schwach. Wer ist noch zu schwach? Der Fünfklässler? Ach du meinst diese Fünfklässler, oder? Diese voll Schwache. Wie so einen ganz ekelhaften Zauberstab hat. Hm, hm. Ich hab einen schönen Zauberstab, hä? Nee. Außerdem bin ich Slytherin, ich muss böse sein. Deshalb hab ich den Knuddelmuffer grad in den Kopf geschossen. Ja, schwach, weil der lebt ja noch. Nee, der ist tot. Nö. 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 In Sel. In Sel. Harry, ehh. Geist jetzt fein. Ah,uren. Ah,uren. Du spinnst ja wohl, Junge. Schelle, Alter. Ja, ne, Gott, halle Lütze. Hm. Ich hab die meinem Lockerflocki aus dem Handgelenk zerstört. Geht sich für einen wahren Meister der Magie. Gehört. Du bist ein Gryffindor. Ein Löwe. Hm, eine Löwin. Wie groß dieser Ort wohl sein mag. Ja, wieder genug Pflanzen für Zaubertrinker. Was? Wenn ich auf das Symbol schieße, leuchtet es. Aber nicht lang. Guck dir meine Magie an. Guck dir meine Magie an. Gezaubert hab ich. Jemand wollte hier unten keinen Zufallsbesuch haben. Ich hab eine Brücke empor. Gehoben aus dem Wasser, Mila. Ey, du bist in der Höhle. Und? Ja, wo Echo? Ja, wie? Ja, wo Echo? Ja, hier Echo. Hä? Ja. Alles für die Immersion. Feuer kann mir nix. Ich bin im Feuer geboren. Und in der Dunkelheit. Geh, komm hier. Incentrum! Teil am! Protengo! Stufo! Stufo! Akio! Incentrum! Ihr blöden Spinnen. Keiner mag Spinnen. Ihr Idioten. Spinnenfangzahn. UM... ...Kabukolle... Tue hoge! Echeliam! Achiel! Beoc signale! flooded du bist du vor incendium und krisse krisse du blöde spinne du erst mal abkuchen ist eine wunderschöne truhe pull house schon wieder so ein alter mr black eyes vielen lieben dank für die wisse im sechsten sechzigsten monat dank ich hasse das ne guck mal da die löcher ich habe keine angst vor spinnen aber ich hasse löcher oh gott ich habe so gänsehaut ekelhaft geht es hier nicht noch weiter runter ist bestimmt noch was zu entdecken ich muss sogar runter diese plattform sollte direkt zu mir schweben kann so logisches denken mal wieder seltsam ich hätte gedacht dass lang an dieser beute interessiert wäre aber es gibt keine schule von die schätze da unten sind pflanzen die ich sehr begehre ich glaube ich brauchte nicht mehr aber ich bin zu faul zum laufen ich schwere ich habe eine löcherphobie ja die dinger in der haut diese von diesen fake bildern ich hasse oh gott da gab es nur so bilder auf facebook und so ne ausgerastet in der wisse ist zwar nirgends ein kopfloses skelett aber dafür kann ich mich wenigstens stufe 18 dann sind wir auf dem gleichen zauberer level ja in der geschichte bin ich viel weiter mächtiger du hast doch viel viel mehr zeit den hoppers verbracht hast du schon was für gegessen ja in zentrum in zentrum noch ein rätsel nun wenn jackdor es lösen konnte kann ich das auch boah bemerkenswert die fangszene brauche ich bestimmt irgendwann noch wo habt ihr das gesehen ja 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 blinge ja 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 ich bin froh dass richard jackdorf mir etwas hinterlassen hat aber wo kann er sein wo ist der ring und das jackdorf da nicht untergefallen ist ich wusste nämlich dass hier eine kiste ist seltsam ich hätte gedacht dass jackdorf an dieser beute interessiert wäre aber es gibt keine spur von ihm wirst du natürlich auch das tier in der kiste ist incendium eine unberührte truhe alles voller eiterpickel ich habe nur kurz gelesen nicht Hier ist zwar nirgends ein kopfloses Skelett Aber dafür kann ich mich wenigstens hier bedienen Ich bin Ich bin richtig krass, Mila Jetzt weiße Handschuhe Warum bist du denn so gemein zu mir? I don't understand this Ehrlich nicht Incendio Das sieht mir nach einem Fall von Reparo aus Oder auch nicht Ach, du kommst nicht, okay Da muss ich auch so rum wieder Mila ist nur neidisch Nur Mila ist schon eine gute Zauberin So ist er nicht, ne? Aber die ist halt extrem böse zu mir Und wenn ich mir nachher wieder ein Kinderpinguin hole Oder so Dann ist sie wieder der liebste Mensch auf der Welt Dann bin ich wieder gut Ne? Halt, stopp Wir müssen da Und die ignoriert mich Boah, das geht so much Da ist ein Konzentri Ich war am Kämpfen Boah, was hab ich denn da bekommen? Ich hätte gedacht, dass Jackdor an dieser Woche Mich soll ja keiner erkennen, wenn ich Leute zerfetz Ja, die bringen irgendwas Aber es gibt keine Spur von Ich glaub, die brauch ich sogar für ne Aufgabe Ich bin der Markierte Wenn ihr Ziel gleich nicht ne Riesenspinne kommt als Endgegner, ne? Dann weiß ich auch nicht Eine unberührte Truhe Victor war bei seiner Suche hier nicht sehr gründlich Akio Das war das Rebellion Akio Das ist zwar hier bis ein kopfloses Skelett Aber dafür kann ich mich wenigstens hier bedienen Akio Rebellion Seltsam Ich hätte gedacht, dass Jackdor an dieser Beute interessiert wäre Aber es gibt keine Spur von ihm Hm Achio Akio Da ist sie, die Brücke Die Brücke Sie ist fast fertig Noch mehr Spinnen Die können Richard Jackdor nicht enthauptet haben Incentive Protego Stufo Akio Incentive Oh 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 Protego Akio Incentive Das war's für heute. Wie ist denn das, wenn jemand eine Spinnenphobie hat? Der kann das Spiel ja gar nicht spielen. Du hast eigentlich nur Spinnen. Du bist ja übertrieben. Ich heule. Da musst du aufpassen. War es auch nicht schön da? Ich bin froh, dass Richard Jackdaw mir etwas hinterlassen hat. Kann ich mir vorstellen. Aber wo kann er sein? Mal kurz hier. Bam. Bam. Ich habe eine Brücke erschaffen. Klar gibt es Umhänge, Mann. Ich muss näher an Jackdaws Überreste herankommen. Und an die Seiten. Ich komme, Junge. Das war der Zauber der Brücke. Wir wissen, dass der Boss jetzt kommt. Drei Vögel da vorne. Da sind ein paar mehr. Aber die werde ich ausschaffen. Bevor ich mich darum kümmere, werde ich die Kisten looten. Oh, der geht's. Ah, das war so klar. Mit dem Scheiß. Ich das jetzt wieder nicht looten kann, ne? Ich hoffe. Abgegriffene Quidditch-Uniform. Ich hoffe, ich habe hier nichts mehr. Hier ist sie. Die Karte deines Verderbens, Jackdaw. Ist hinter diesem Raum noch etwas? Ha, wir werden sehen. Die Loser wollen campen. Gar kein Problem. Ja, aber das wird sie jetzt machen, ne? Das wird bei uns, der Junge. Du fliegst jetzt erstmal eine Runde und du kommst her. Ja, das soll ich nur mit dir machen. Kami, Kami, Kami. Lutscher. Das war ein einfacher Gegner. Das war ein einfacher Gegner. Ich weiß, sprach dich. Ich baue dich. Ich bete das. Ich weiß nicht. Ich binkea. Du bist fließend. wer wird sich mit mir anlegen wer will mit mir kämpfen ist das nicht der ort an dem series black gestorben ist nein das war ministerium das habe ich schon mal gesehen bei gringotts und in der verbotenen abteilung noch ein bisschen umgucken wo bin ich die redor heggins merkte den namen mila oh nein der raum wird ja geflutet ich werde ich beschützt was für eine art von magie ist das blubber blästchen heißt jetzt ich kann nur hoffen dass diese magie mich schützt bis ich herausgefunden habe wo bin ich hier oh gott bitte entgegner oder sowas das ist der absolute boss raum doch schon seit sechs stunden kann das sein ich vertraue dem sprichsel brann dir nicht alter mann du wartest ich gehe kurz durchsuchen von wo kam ich von da unten wir sind bestimmt noch thru ich will ja nicht aufmachen percival sie sind es hat endlich jemand unsere kartenkammer enttägt ich kenne sie aus dem denkarium sie sind professor rackham der bin ich ich bin offen gesagt überrascht eine so junge person vor mir stehen zu sehen ich bin genauso alt wie sie und isadora morganock als sie in hogwarts anfing gut aufgepasst und ich nehme an dass sie unsere fähigkeit teilen dass ich spuren alter magie sehen kann ja das stimmt wie sie vermutlich schon wissen gewährt uns unsere fähigkeit eine besondere beziehung zu magie aller art wir haben zugang zu seltenen formen der magie möglichkeiten werden sich auftun um dieses talent zu stärken diese sollten sie nutzen werde ich professor danke dann haben wir viel zu bereden doch zuerst eine karte aus einem bestimmten buch führte sie her legen sie es auf das podest ich habe das buch nicht bei mir das ist ungünstig ich fürchte wir können unser gespräch erst fortsetzen wenn sie das buch dabei haben ich bin etwas verwirrt warum heißt dieser raum kartenkammer ich versichere ihnen dass sich ihre frage klärt sobald das buch auf dem podest liegt die statuen und schnitzereien in dem haus an den klippen die sind von ihnen sind sie ein sehr für wahr wussten sie dass ich hier sein würde mehr kann ich im moment nicht sagen außer dass mich ihre anwesenheit hier nicht völlig überrascht na gut ich werde das buch sofort holt gut wir sprechen uns wieder wenn das buch an seinem platz ist die familie zählen die magier talente plus 1 freigeschalt du erzählst jedes mal einen talentpunkt wenn du deinen zaubergrad erhöhst du hast neue talentpunkte die du im talentmenü in deinem handbuch es gibt talente ab stufe 5 hast du talentpunkte verdient das ist natürlich kacke aber wir gehen dunkle künste alter was haben wir denn da ja auf jeden fall stupor hat auf gegner den selben effekt wie ein fluch verfluchte gegner leine erhöhten schaden stupor ist aber immer so eine sache das ist eine kombi was ist das wenn ein verfluchten zieht schaden zugefügt wird erhalten alle verfluchten ziele schaden also so ein aoe expeliamus hat auf gegner den selben effekt wie ein fluch verflucht gegner leine das ist schon besser aber das bedeutet ich muss immer mit expeliamus spielen und stupor hat man immer wegen protego boah da wird schwierig alter deliverin bin ich auber sprüche boah au boah der einsatz von den kenny werden feste einen ring aufs feuer um dich herum also aoe boah das ist sehr wild gegner in der nähe eines mit akku beschworenen ziel werden ebenfalls zu dir gezogen auch cool levi rosa levitieren ziel zu den emel auch cool also ganz viel aoe auch cool ein cdr ein cooldown reduction spell beziehungsweise eine passive erfolgreich protego zauber hören die alte magie anzeige perfekte provincia sogar noch mehr auch stark alte ausweichen gedrückt und plötzlich zu verschwinden und nie wieder aufzutauchen und das ist ja super wild das mag ich ein zauber set alt trank besser war und nochmal ein neues sauber set boah auch stark ey oh god oh god mila was hast du denn genommen weißt du das ja klar weiß ich das man kann ja immer wieder darauf zugreifen find einfach das was du liebe magst ey die hast du flink genommen wenn du dodge quasi dich so ein bisschen teleportierst ja hab ich ja das ist ziemlich nice ne weiter ausweichen gedrückt und plötzlich also das werde ich auf jeden fall oh das ist auf jeden fall wir gucken weiter immer mit der ruhe jet schleichen das ist eigentlich ohne vielleicht braucht man das mal irgendwann erstmal uninteressant raum der wünsche boah der edu krank den ich vorhin gebraucht habe macht dich unverwundbar und reflektiert projektile auf gegner zurück wie hingeworfenen chinesischen karko wird ein zweiter karko kostlos erzeugt auch super stark kann man nicht alles gehen wenn du heile bist ich weiß es nicht ich habe oder keine ahnung weiß ich nicht das ist auf jeden fall auch ein muss ab cdr ist immer richtig stark bei caster in jedem spiel protego zu behörden alte magien zeit perfekt und sogar noch mehr neues zauber zett ist uninteressant obwohl kann man die in fight wechseln das ist eigentlich ganz nett aber auch nur beim suchen der ganzen sachen mhm obwohl expediamus ist ein super starker zauber ne du entwaffnest dein gegner damit immer dann nehme ich expediamus und das flüche noch länger halten dann verflucht sich schon zu grünen alle verfluchten sich schon das ist ja die frage ist wie lange ich gebe noch nicht alles aus chat warte mal erst ein video dabei sag mal her du kannst okay dann kannst du ne ne die talente nicht aber du kannst wie in dem video unten rechts guck mal der wählt das aus und dann kannst du mit der maus quasi andere zauber wählen das heißt du hast nicht vier zauber du hast 108 kannst im kampf switchen aber ich kaufe das noch nicht ich warte noch mal kurz mit dem maus hat ja boah das ist ja ganz wild ob man das braucht weiß ich nicht max level ist 40 f1 ist leiste 1 ja bruder aber du kannst halt auf jeden fall switchen also unbedingt ich habe auch an der maus habe ich äh leviose und dinge da steht zwar 3 und 4 aber ich mache das mit der maus ja der feuerkreis ist auch ganz der ist gar nicht schlecht aber das ding ist ich habe die seiten und die kartenkammer gefunden du musst halt immer mit dings spielen ne mit hier incendio und wenn man später irgendwie so auf avada kedava oder so gehen will ne oder auf bombarda oder so bombarda ist heftiger oder die finde ne ne die sind stärker das ist der erste das ist der erste links da mache ich nicht ja dafür musste im nahkampf sein also nicht direkt im nahkampf das passt erstmal so aber warte mal wenn ich jetzt warum was war das denn nochmal für ein ding ich habe das doch geskillt wo ist das halte ausweichen gedrückt und plötzlich zu verschwinden und in der nähe wieder drauf zu tauchen ja wahrscheinlich nur im kampf ne lame ah jetzt weiß ich auch jetzt wissen wir auch was hier war vorhin wirst du noch chat wo ich mir hier einen kopf gemacht habe ne wie geht auch so guck ich halt ist das nicht die rolle ich halt die rolle gedrückt hier nicht den achso nicht im gebäude okay 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 ob man später dissaparieren kann und sowas boah ich liebe dieses spiel ich bin wieder in wieder in Hogwarts wann Professor Fick wohl zurückkommt ich habe ihm versprochen dass ich meine studie nicht vernachlässige ich habe wohl genug um mich abzulenken bis er mit dem buch zurückkommt hier können wir trotzdem noch nicht rein ich bin jetzt schon überfordert dass wir nicht neues gehen können ja aber ist doch nicht so schlimm ja das geht bestimmt irgendwann machen wenn nicht gebe der trainer für sein singleplayer spiel sie müssen die pulso lernen den verscheuche zauber damit können sie objekte oder gegner wegstoßen erledigen sie die erforderlichen aufgaben und suchen sie mich in meinem klassenzimmer auf und unterrichtsstunde fliegen mila ich muss doch das buch holen erst fliegen ach so pet okay ja wenn du das sagst dankeschön für den spoiler tut bisschen weh in meinem herz ich kann jetzt mit dem besen fliegen ich wünschte ich könnte das alles wegkängig machen der kickt immer nur auf die fresse nila bist du noch da nila die ist bestimmt wieder am kämpfen da bist du ja der duellant den es zu schlagen geht mit deiner fresse oh gott fliegen ganze nacht einfach auf der wiese gepennt alle nehmen sich einen besen und dann fangen wir an jawoll hallo 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 guck mal ich bin jetzt vor so ne Tür so so im Boden draußen ne denn in erster Linie ist der Besenflug ein Transport ich kenn das ich fürchte allerdings einige haben das vergessen du musst die mittlere zahlen musst du äh zusammenkriegen richtig ja so aber da sind ja einmal obere und untere also wüsste ich ja eigentlich zwei Sachen haben womit ich da ja aber ich hab hier nur einen ja das andere ist irgendwo in der Nähe versteckt muss versuchen gehen aha okay ey ich hatte grad den über mega bosskampf ey hui du sagst Mila mein Gott du weißt doch dass sowas irgendwann kommt hallo ich zieh dir die Rückenhase rein bist du na warte mach da nur Spaß beruhig dich okay danke loren schluckschnecken Paul jetzt hat der Johnny die ganze Zeit dazwischen gelabert hihihi pisse ich hier oh warum bist du so ich will das hören das eine bei links und das andere rechts ich will hier keinen damensitz sehen da weht es sie direkt vom Besen hm kein damensitz Irgendwie stecht mein Caracke da raus und sobald sie beim fliegen meine Pfeife hören landen sie auf der Stelle gut nun als erste Lektion fliegen sie durch alle Ringe im Innenhof aber Vorsicht die Besen sind Schuleigentum ich möchte sie in einem Stück zurück haben kann man nicht schneller fliegen doch das ist genial komm du bist keine 40 boah wie redet sie ich will mit Topspeed fliegen du bist doch keine 40 wie macht man denn irgendwas schneller Spielpunkte Madame Entschuldigung einfach Rentner rein ich so ah jetzt schau wein schau wein boah diese Aussicht hallo schöner Tag zum fliegen da sie ich bin am fliegen ah das alte Bootshaus ich wünschte du hättest die Überquerung des Sees der Erstklässler erlebt boah bist du am fliegen volle Möhre wow 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 unser aquatischer Nachbar lässt sich auch einfach mal weg ich hab Toastboot dabei Mr. Kraken der Spiel ist so unglaublich schön ne ja man boah ich will den Pommes machen das macht ziemlich Spaß boah ich bin Profi Flieger Mühler haha gut gemacht hast du kurz Zeit nö ich hab gesehen wie du durch diese Ringe geflogen bist offenbar hältst du dich auf dem staubigen Schulbesen ganz gut ich kann mir vorstellen dass du bereit für größere Herausforderungen bist aber ich bin zu voreilig wir haben uns noch nicht vorgestellt Eberit Kloppen gehe ich richtig in der Annahme dass ein Slytherin wie du Interesse hätte dem Unterricht zu entkommen? na klar dem kann ich nicht widersprechen was schwebt dir vor? einen kleinen Umweg sozusagen folge mir ich will nicht mit einem Ravenclaw abhängen bitte mir nach gerade fliegen wir direkt über den Verwandlungshof wie immer malerisch hoffentlich trinkt der Schulleiter seinen Tee heute nicht am Fenster hm ich hab nen Freund da sind die Gärten die Fenster des Hufflepuff Gemeinschaftsraum sind gerade so zu sehen ich bräuchte ja mehr Platz wie kann Everett so schnell fliegen? ein nützlicher Trick lehne dich für einen Temposchub nach vorne so entkommst du schnell aus brenzligen Situationen Boah das ist schon viel besser ja zufällig ein halber Hippografen da ist die berühmte Brücke denk nur an all die Magie die sie aufrecht hält sieh sie dir an und die Eulerei das nenne ich doch mal solide Baukunst Flugtipps und ein Abstecher nach Hogwarts das ist eine tolle Führung Everett Quidditch Boah das ist Kogamas Pfeife unser Ausflug ist zu Ende wir sollten schnell zurück die Klasse schon entlassen geben wir schnell die Wesen ab steig hier ab wo ich will nur kurz nichts ja geil alter oh gott das fliege ist cool oh 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 hallo Professor wir wollten nur noch etwas üben die Missachtung meiner Anweisungen hat einen erheblichen Punktabzug zur Folge Mr. Kloppen ich bin enttäuscht von Ihnen Sie sind in diesem Kurs weil Sie sich selbst und Ihrem Besen nicht den gebührenden Respekt erweisen aber Professor der Unterricht ist beendet die Schatte Maske auf mich erkennt die nicht und Sie sollten zukünftig an Ihrem Urteilsvermögen arbeiten bin Sie gar nicht wer sind Sie überhaupt das war recht gut geflogen danke wie kann ich jetzt immer fliegen Mila erst mal hast du dir ein Besen kaufen okay und du kannst nicht überall fliegen oder mann oder mann kaufen ja wenn du das kannst würde ich auch gern ich empfehle einen Besuch bei Albi Weeks von Spindwitches in Hogsmeade er testet ständig neue Modelle ich werde am Himmel nach dir Ausschau halten Habe ich aber keinen Besen noch Besen Verbesserung Raum der Wünsche um im auch im 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 Ich glaub... Oh, das will ich. Ich will. Ich will Mün... Oh Gott. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll. Aber... Ausweichen ist doch die Rolle, oder nicht? Oder war das Ausweichen? Ist das nicht doof? Weiß ich gar nicht. Guck mal. Geht wahrscheinlich nur um Kampf. Klar hab ich das reingemacht. Erworben. Ja, aber das ist doch SDRG, oder nicht, Kura? Das ist doch eigentlich die Rolle. Hm. Horksmeet. Horksmeet. Mila, du hast doch dieses flinke Ausweichen, ne? Ja. Ist das STRG? Das ist das normale Ausweichen, nur gedrückt halten. Ist das das STRG? Ja, das normale Ausweichen. Aber bei mir passiert... Ah, jetzt. Guck halten. Boah. Aber in Hogwarts geht das nicht, ne? Ich glaub, also ich weiß... Hab ich noch nicht... Boah. Hallo, Mr... Pipi. Ne, falsch. Der ist ein Falscher. Ach, ja. Nett. Danke. Okay. Typisch Hufflepuff und Ravenclaw wieder am Klauen. Warten Sie nur, bis ich Ihre Mütter sehe. Das war etwas harsch. Okay, so muss ich hin. Wo ist denn die Nummer? Scheißdiebe. Ich brauche Geld. Hallo, Mr. Pippin. Sie brauchen Hilfe bei einer Lieferung? Ja, in der Tat. Für jemanden, der so fähig ist wie Sie, sollte die Reise nach Cambridge kein Problem sein. Es liegt zürich von Hogwarts. Was soll denn geliefert werden? Fatima Lawong hat ein paar Unsichtbarkeitstränke bestellt. Früher habe ich das selbst erledigt. Aber in letzter Zeit ist Fatima jeden Anlass um zu streichen. Und die meckert, weil der eine Freundin hat. Weil sie einen Brief bekommen hat von der Mutter einer Freundin. und mir keine Zeit zum Brauen lässt. Wenn Sie mir diese lästige Aufgabe abnehmen könnten, können Sie das Geld für die Lieferung an Fatima gern einbehalten. Mache ich. Ich helfe gerne bei der Lieferung. Ich brauche Taler. Sie wissen gar nicht, wie dankbar ich Ihnen bin, wahrlich. Hier sind die von ihr bestellten Unsichtbarkeitstränke. Hoffentlich macht sie Ihnen nicht zu viel Ärger. Sie ist selbst eine talentierte Brauerin. Ich hätte sogar nichts dagegen, mal einen Blick in ihr Rezeptbuch zu werfen. Jawohl. Jawohl. Nö, das nervt. Oh Quatsch, wo muss ich hin? Auf geht's nach Foxme. Nö, das nervt. Nö. 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 Nee, keine Zeit jetzt Stimmt, ich wollte mir einen Besen kaufen Dann kann ich doch bestimmt da hinfliegen Muss ich da nicht hinrennen, wieso nicht tot? Die Frage ist nur, wo kann man nochmal den Besen kaufen? Ich hab das nicht gelesen, nee, ich hab mir das nicht gemerkt Aber wir werden es finden, Chat Tierwesenbedarf Hier, oder? Grüß dich Ich bin hier, um dich zu beklauen Danke für die Brille Verkaufen muss ich auch Hallo, Mr. Weeks, nicht wahr? I'll be Weeks, zu Ihren Diensten Willkommen bei Spindwitches Entschuldigen Sie, wenn Sie hier waren und nicht reingekommen sind Der Laden ist zu, seit die Handelswege unterbrochen wurden Ich musste bis London reisen, um meinen Lieferanten zu treffen Und bin gerade erst wieder zurück Danke für den Raid Viel lieben Dank Klingt nach einem beachtlichen Sortiment Ich seh mich mal um Danke Na, wonach suchen Sie heute? Wir sind bestimmt Schweine Oh, nur 600 Dieser Artikel ist von höchster Qualität Ugly Ugly Er ist cool Ja, auch Den kaufe ich Sie werden diesen Besen lieben Das verspreche ich Ihnen Schön mit Ihnen Geschäfte zu machen Der normale Vinci, der wackelt hinten, Junge Der ist ja mal richtig sexy Ey, jo, danke Danke für den Besen Ich beklau dich jetzt nochmal Es kann zwar jeder Besen gegenüber den Übungsbesen aus Kogavas Kurs verbessert werden Aber Sie sind alle eingeschränkt Sie sehen aus wie jemand, der an Flugverbesserungen interessiert sein könnte Ich höre Ha, ich wusste, dass ich bei Ihnen richtig liege Sie werden mit der Leistung jedes Besens auf geringer Höhe sehr zufrieden sein Aber im Steigflug lässt die Geschwindigkeit langsam nach Ich glaube, dieses Problem kann ich beheben Ich habe da schon ein paar Ideen für Verzauberungen Verbesserungen, könnte man sogar sagen Die jeden Besen aufmotzen Ich brauche jemanden, der einen Besen fliegt und mir davon berichtet Damit ich die Verbesserungen vollenden kann Zufällig weiß ich, dass Emelda Reyes, eine Hogwarts-Schülerin Auf stillgelegten Besenstrecken Wettflüge durchführt Schlaues Mädchen Die ideale Möglichkeit, um Flugdaten zu sammeln Wenn Sie die Bestzeit schlagen können Berichten Sie mir bitte, wie der Besen sich verhalten hat Dann könnte ich die erste Verbesserung abschließen Illegale Besenrennen, Mila Wie sieht's aus? Juckt mich alles gar nicht, Alter, was der dazu labert Klingt interessant Mal sehen, was ich tun kann Danke Es soll Ihr Schaden nicht sein Wenn ich recht habe, motzt die neue Verbesserung Besen In jederlei Hinsicht auf Und ich kann Ihnen ein Sonderangebot machen Die Wettflüge dürften auch Spaß bringen Gehen Sie zum Quidditch-Feld Da kümmert sich Emelda Reyes um Sie Okay Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Emelda's Zeit geschlagen haben Dankeschön Jetzt ist die Frage Wie kann man auf dem Besen Ich wollte das doch nichts Wie kann man auf dem Du bist in dem Bereich, in dem das Fliegen erlaubt ist Drücke Tab und tippe dann auf 3 Ah, okay Nevermind Aber ich kann jetzt alles erkunden Hier sind die Merlin-Dinger Boah Boah Ich wusste, dass die für irgendwas da sind, alter Ja vdn mit besen alter ist sogar kein loot drin dort wie groß das alles ist man timmy bei pimp my besen let's go was ist denn das hier wie cool die sahen auch schon mal besser aus das ist ein ich habe eine lieferung von jay pippins zaubertränke schickt ein kind form seine arbeit zu erledigen was er nimmt immer den einfachsten weg um es sich leicht zu machen mussten sie die etwa auch für ihn braun spielt keine rolle sie können das vermutlich ohnehin besser warum bestellen sie bei ihm wenn sie mit der qualität nicht zufrieden sind anscheinend versuchen immer mehr meiner kunden sich von mir zu verstecken ich verurteile das nicht sie wissen ja nicht welchem druck ich ausgesetzt bin hochwertige produkte zu liefern im gegensatz zu anderen verkäufern bemühe ich mich um zufriedene kunden okay hier sind die tränke hier sind die angeforderten zaubertränke glauben sie dass das so einfach ist ich weiß dass pippin seine kunden ständig hinters licht führen will er tut alles um auf kosten der qualität einige gallionen für sich zu sparen sie sehen keinen einzigen knut bis ich weiß dass die zaubertränke funktionieren ja wie hinko sie klingt einfach das mache ich das hoffe ich doch ist keiner ich soll den jetzt hier trinken habe ich voll frech sie scheint zu wirken ich vermute das genügt wenn die nachfrage nach tränken so groß ist wäre es da nicht einfacher mit anderen zusammenzuarbeiten sie könnten ihre rezepte und fähigkeiten kombinieren keine chance dieser nichts nutzer hat seinen laden geerbt wir anderen mussten unseren eigenen weg gehen er soll nicht von meiner hat die fahrt immer kommt auf todeslisten profitieren wenn er scheitert dann soll er nur sie erwähnten dass immer mehr kunden versuchen sich zu verstecken warum eigentlich nun ich kann nicht für alle sprechen aber meine erschwinderinnen kundschaft hat sicher ihre gründe aber das würde ich an ihrer stelle ganz schnell wieder vergessen okay ich lasse mr pippin wissen dass ich die tränke wie gewünscht geliefert habe tun sie das hey ich will die kohle haben was verkaufen sie hier haben aber die verkaufen wir heute kaufe ich brauche ich für den schutztank genau das hätte ich auch ausgesucht nö das kaufe ich nicht das auch nicht so auffliegen auch nicht das habe ich danke für den besuch ey kein problem war das jetzt mit meinem knut kriege ich denn noch war sind ja überall diese merlins aufgaben mal sehen was du diesmal zu bieten hast merlin toll single person rate war knister nicht kennt hallo hihihi scheiß auf knister ja das war zum clown boah das sieht schon ne der ist immer nur besser na scheiß besser muss ich mal ein bisschen umgucken na so ist es ja nicht wer hier wohl wohnt der gute merlin hat bestimmt hier irgendwas vorbereitet du musst du mal eben gucken hier sind auf jeden fall gegner die zerfetzen nicht mehr die zerfetzen wir müssen mir vorhin in zuhause getroffen werden um sich vorhin wann gefunden wird ja 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 Das war's für heute. Ich habe den Blink-Handler. Okay, Incendio Expelleant Hey, wie soll ich den in 10 Sekunden... Achso Hm, wie soll man den in 10 Sekunden in der Luft halten? Geht ja gar nicht Geht ja wohl Ja, warte mal Ich habe ja CDR gespielt, aber irgendwie Ja, jetzt, jetzt Ha! So ein loser Weg Weg Aber das hat jetzt nichts mit der Prüfung zu tun, ne? Hm Jaui Komm, wir haben einen Boost Wie es mir in so einem kleinen Dorf wohl ergehen würde Das ist ne gute Frage, was man hier machen muss jetzt Geht ja Untertitelung des ZDF, 2020 Aber ich will jetzt keine halbe Stunde suchen Oh Gott, okay, das ist ja... Ah... 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 Ich will einfach reinfliehen? Ich will einfach reinfliehen? Ich will einfach reinfliehen... Reparus? Reparus? Was haben wir denn noch? Sonst fällt mir echt nix ein... Na egal, gehen wir erstmal die Aufgabe machen... Das Spiel wird ja immer und immer und immer größerer... Weiß noch gar nix... Wer, du? Ich? Mann, sei nicht so gemein zu mir... Oh, alter Trottel, du... Den glaube ich jetzt hat Portemonnaie... Abzug! Mein Besen brennt hinten... Ne, das ist absolut geil... Rebellion... Der brennt nicht... Der brennt ja wohl... Glüht ja nur... Glühen und brennen ist das gleiche... Nein... Doch... Beim Brennen kommt der Feuer... Dann glüht der halt wie ne Kippe... Hier sind überall Höhlen und so... Das Spiel ist so schön... Rebellion... Was ist denn das? Guck mal wie schön das aussieht... Überall diese Rätsel... Scheiße... Und die hab ich gleich gekauft... Dich Idiot... Nein, ich schwöre ich mir... Warum kann ich nicht anders absteigen? Mh, hm, hm... Wir sind superkrassen magier! Geht doch... Ja! Leopold Babacook Ich erkunde gerne Babacook Nun, für eine wanderlustige Person wie Sie ist es natürlich ungemein wichtig, immer einen Mega-Power-Trank zur Hand zu haben Ohne einen guten Vorrat würde ich keinen Fuß in den verbotenen Wald setzen Na, was sagen Sie? Eine kleine Sicherheitsmaßnahme für Ihren weiteren Weg? Ich denke drüber nach. Vielen Dank für die Hilfe, Mr. Babacook Gut, sagen Sie Bescheid, wenn Sie etwas finden Was verkaufen Sie hier? Vielleicht finden Sie etwas, das Sie brauchen 300 Dollar? Ne, die züchte ich selber Maxima-Trank 300 Da spinnt doch wohl der Babacook, Alter Es war mir ein Vergnügen Halt mal Ich will nochmal was gucken Um... Hmm... Okay, okay. Ich dachte, man kann das umbinden, dass man anders aufmoutet. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Ja, Duisburg-Marxlo. Chat ist komplett müde. Wir haben uns schon wieder halb eins gleich. Fast sieben Stunden zocken wir schon Harry Potter, Alter. Mein alter Körper macht das nicht mehr mit. Du bist noch topfit, ne, Mila? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Oh, gut, oh, gut. Ja, ja. Komm, lassen Sie mich einfach wissen, wenn ich helfen kann. Weh, ich krieg jetzt kein Gold hier, Junge. Dann klatscht das aber. Ich habe die Tränke Fatima Lawong gebracht. Sehr gut. Und, äh, hat sie Ihnen Ärger bereitet? Die war schon frech, ja. Ich verstehe, warum Sie nicht gegangen sind. Sie war sehr streitsüchtig. Ich weiß Ihre Hilfe wirklich zu schätzen. Wenigstens ist das jetzt erledigt. Äh, Cube, vielen lieben Dank für den Weezer beim 39. Monat. Eine Eule kriegen wir rein. Oh, der ist aber auch schon spät, ne, muss man sagen. Und Benji, danke schön für den Prime 12. Ein verdammtes Jahr, vielen lieben Dank. Und trinke Ola. Ich will eine zusätzliche Belohnung. Der Tränke war schwieriger als gedacht. Aua. Ich hätte gern eine extra Belohnung. Tja, so ist das wohl, wenn man Geschäfte machen will. Na gut, dann erhöhe ich Ihren Lohn, aber begeistert bin ich nicht. Viel Glück mit Ihren Tränken, Mr. Pippe. Auf bald. Gucken, was der mir gibt. Ja, oui. 500, 500 Thaler gibt der mir, Mila. Der Schweinekop. Boah. Jetzt brauchen wir aber auch. Nee. Gott. Ja. Okay. Oh, Gott. Oh, shit, schrocken, ey. Z. Auch schon lange nicht mehr gelesen. Vielen lieben Dank für fünf Gifte, Zapsmann. Dankeschön. Shit, jetzt aber mal ein paar Ollen hier. Ist der Ritter langsam lächerlich. Und dafür muss ich noch zwei töten. Boah, was ist das denn? Was? Ich kann Ritter sein? Ehrlich? Ich kann Ritter sein. Ich weiß. Woher? Aber wie? Na, Kostüm. Boah. Und Kopf? Boah. Aber man will doch ein Zauberer sein und kein scheiß Ritter. Voll doof. Aber ich bin Zöl Lanzelot. Oh, ich habe auch einen neuen Skin für meinen Besen. Boah. Ich will Zöl Lanzelot sein. Bitte kann ich. Ich bin ein Ritter. Hallo illegal, illegal, legal. Ich bin ein Ritter. Nee, das kommt überhaupt nicht cool. Eigentlich ist das voll cool. Eigentlich ist das richtig cool. Aber wir wollen ja, wie Mila auch schon gesagt hat, Zauberer sein. Was ist denn das? Was ist denn das? Ich bin ein Ritter. Wie? Das ist schicke. Schattenwolf, vielen lieben Dank für den Prime Sub im Zehnten. Und Hukulu. Und Z, vielen lieben Dank nochmal für fünf Gifted Subs. Dankeschön. Das sieht schon, das hier sieht schon schick aus. Das muss man sagen. Ich glaube, ich renne mal so rum. Boah, der Slip. Boah, der zieht da voll cool aus. Kann ich den noch rausblenden? Ja, kann. Und dann machen wir mal. Greg, der sieht so alt aus. Bin ich heute mal der schlaue Kusch? Voll der Werder-Schall. Nee, gar nicht. Boah, das sieht auch cool. Oh Gott, das mit dem Umhang sieht voll fresh aus. Wieso Physics davon? Fünfte Klasse, by the way. Ich sehe aus wie ein 40-Jähriger, Alter. Na, nicht mal. Das hat mich ein wunderschönes Spiel. Boah. Es gibt den Hogsmeade auch im Friseur, habe ich gesehen. Reveglio. Jetzt sind das hier unten für Pommes. Ich dachte, ich kann den Hogwarts nicht fliegen. Oh, hier ist ein Drache. Ach, hier ist ein Drache. Aber kein Echter. Warte mal, kann ich zum Quidditch-Feld? Muss ich sogar hin, wegen dieser Einer-Aufgabe. Weißt du, weil ich daran nicht ver... Sad? Du hast einmal fünf Subs gegiftet, da hast du ein ganz anderes Profilbild. Und dann beim nächsten Dings auch, aber das kann ein OBS legen. Sad, vielen lieben Dank für fünf Gifte-Zaps. Nochmal. Fünfzehn insgesamt jetzt. Und Marischka, Dankeschön für den Gifte-Zap an der Franzel. Dankeschön. Aki-Duell-Brett. Quidditch-Feld, das ist erst mal egal. Wir müssen... Die Pulsor ist gut. Verwärtszauber. Ivanesco. Verwärts. Weasley und... von Fringo. Die gehen in die Schule rein. Dankeschön, Sad. Vielen lieben Dank. Wir gehen in die Schule rein, oder, Mila? Nö. Warum denn nö? Kann ich hier nicht rein? Warum kannst du denn auf der Brücke landen und ich nicht? Ähm... Das liegt wohl an meiner Zauberkunst und meinem Zaubergrad. Nein, Digga. Ich werde mich einfach mit Floh-Pulver darüber holen. Das ist nur echt, echt guten Schülern vorbehalten, weißt du? Aber du bist auch gut. Ich möchte ja nicht so sein wie du und dich dissen. Wie du mich dissen. Du bist eine absolut krasse Hexe, Mila. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. So, Chat. Kurze Pipi-Pause. Dann gehe ich mir was zu trinken holen. Was sagt er? Was sagt er, hä? Okay. Gehe ich mir kurz dazu trinken holen. Ja? Warum hast du voll müde? Ja, weil du einfach scheiße laberst. Ja, wie? Du ärgerst mich die ganze Zeit. Ach, komm. Ist das jetzt dein Ernst? Hä? Ich verstehe das nicht, wenn du jetzt der Kassel wirst. Boah, ich wollte den Schlauen, Mann. Ich gehe mir kurz was zu trinken holen. Ja. Bis gleich. Gleich. Aki, nur Bierflasche. Aki, nur Bierflasche. Tot Aki, nur Bierflasche. Aki, nur Bierflasche. Maun Christian. Ja, nur Bierflasche. Veruga Longstchaft. Bist du Alt film Oco. Kassel, wir habenasa Lesen Reinget ecволen. Diefst ролen. Deus durch hết. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Er erscheint nur, wenn man ihn auch wirklich braucht. Normalerweise stößt ein Schüler rein zufällig auf diesen Raum. Wenn überhaupt. Ich wollte Sie nur darauf hinweisen, wie Sie ihn finden. Indem Sie sich an dieser Wand auf Ihren Wunsch konzentrieren. Aber Sie haben den Raum schon selbst gefunden. Während ich hier bin, sollten wir also den Moment nutzen. Also, wo ist die? Er muss vorbeigeschlichen und vorgegangen sein. Der Hauself, mit dem ich an Ihrem ersten Tag in meiner Klasse sprach. Sieht aus wie der Keller von Chikru, Alter, vom Tröndeltrupp hier. Auf keinen Fall klettere ich über diesen Krempel. Okay. Damit bietet sich die perfekte Gelegenheit, sie Iwanesco zu lehren, den Verschwindezauber. Mit Iwanesco kann man bestimmte Dinge verschwinden lassen, wie diese Stühle und andere Dinge hier im Raum. Sie sollten zuerst mit dem Zauberstab üben. Danach können Sie sich die Stühle vornehmen. Machen wir. Moment, muss kurz an meinen Zauberstab riechen. Jetzt kriege ich die Zauber nicht vernünftig hin. Iwanesco. Wunderbar. Zaubern Sie bitte Iwanesco auf diese Stühle. Jawohl. Ausgezeichnet. Wie Sie sehen, verfügen Sie nun über Mondstein. Dessen Verwendung besprechen wir später. Nun weiter. Wo in Merlins Damen steckt dieser Elf. Frau Wies, die liegen zärtlich. Ah, ich warte hier schon seit Ewigkeiten auf dich. Vielleicht hat man dir einen längeren Aufsatz zugewiesen, als du erwartet hattest. Sag mir Bescheid, wenn du dich wieder mit mir treffen willst. Ich gebe es. E. Warum schauen Sie sich nicht ein bisschen um, bis wir die finden? Ja, Professor. Meine Güte. Können Sie nicht leiser sein? Einige von uns wollen sich ausruhen. Halt Maul, Junge. Mila, findest du, dass ich ein böser Zauberer bin? Warum? Manchmal bin ich frech, ne? Weiß nicht. Ich weiß nicht. Okay. Geht dir gut? Ja. Muss man ja fragen nach so einer Soccer Session hier, ne? Was ist das hier? Ach so. Warum kann ich... Mhm, mhm, okay. Warum? Kann man da drunter laufen? Oh, ach. Naja. Da kann ich doch... Incentivate. Naja, gehen wir erstmal hier lang. Hoffentlich ist das stabiler, als es aussieht. Natürlich. Halt mit den Eindringlenk auf! Halt. Nein, nicht! Das ist nicht hilfreich, du bleibloser Haus Blech! Höh! Bin etwas empört, dass der Raum dachte, ich bräuchte ein Bad. Freches Ding. Hehe. Scheiße, das ist mein Zettel. Vergessen letzte mal. Okay. Platz für den Boss, Alter. Kollege der Boss. Entzügliches Müllgeld. Warum Müllgeld? I don't understand this. Was war das? War das ein goldener Schnatz? Vielleicht sollten sie ihren Verstand nutzen und es herausfinden. Achio. Der erste Pan, der erste. Wahrscheinlich. Rebellion. Achio. 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 Ich hoffe, diese Hauself kann uns hier finden. Rebellion. Unfassbar gutes Spiel. Ist er doch. Oh, Vorsicht. Hm? Oh, da sind sie ja. Warten Sie dort. Die kommt zu Ihnen. Hallo. Ah, Diek. Wir haben dich gesucht. Verzeihung, Professor Weasley. Diek hat sich angeschaut, was seit Deeks letztem Besuch hinzugekommen ist. Ist das die Person? Ja, allerdings. Es ist eine Ehre für Diek. Diek. Wir kennen uns seit meiner Zeit als Zweitklässlerin. Wir beide haben den Raum gefunden. Diek kennt sie schon. Wir denken, dass ihn der Raum genauso nutzen wird wie mir einst. Diek, wärst du so freundlich? Sehr gern, Professor Weasley. Der Raum der Wünsche ist immer für die Bedürfnisse aller Suchenden ausgestattet. Er ist unauffindbar und erscheint auf keiner Karte. Die meisten finden ihn zufällig oder gar nicht. Die Xavi-Schüler, die ein Fläschchen für Zaubertränke brauchten, in den Raum voller Fläschchen stolperten. Sie haben ihn in seiner Form als Raum der verborgenen Dinge betreten. Ich wünschte mir einen Ort abseits neugieriger Blicke. Genial. Das erklärt es also. Was ich brauche, ist ein Ort, an dem ich ohne Ablenkung Schulaufgaben machen kann. Nun denn, genau damit kann der Raum ihnen dienen. Und nun konzentrieren sie sich auf ihren Wunsch. Genau wie im Film, ne? Mit dem Raum der Wünsche. Schließen sie ihre Augen. Oder die einen Übungsraum brauchen. Stellen sie sich den Raum genauso vor, wie er sein soll. Der Raum erledigt den Rest. Okay. 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 Boah, wie cool, Alter. Gott, ist das cool. Ich bin gespannt, was Sie mit diesem Raum anfangen werden. Ah, der Raum der Wünsche hat Ihnen ein Schreibtisch der Beschreibungen bereitgestellt. Damit kann man unbekannte Kleidungsstücke identifizieren. Man sollte immer bedenken, was eine Kleidung... Ich habe meine eigene Eule, Mila. Ja. Ich nenne die kleine Fufu. Du hast den Schreibtisch der Beschreibungen freigestellt. Ja, das hat er gerade schon gesagt. Da kann man identifizieren wie in the World of Warcraft. Okay, cool. Sie werden viele Kleidungsstücke finden, die identifiziert werden müssen. Der Tisch wird äußerst hilfreich sein. Was für ein Tisch? Achso, der Tisch. Aber was ist das? Kann ich das verschieben? Ach, hier. Der Schreibtisch der Beschreibungen ist sicher praktisch. Ja, ich hoffe, Sie machen ihn sich zunutze. Nun eine kurze Lektion in Sachen Beschwörungen. Der Raum allein bietet vielleicht nicht alles, was Sie brauchen. Beschwören? Ja, das Erschaffen und Herbeirufen von Dingen. Ich zeige es Ihnen. Wohl. Sehr gut. Wenn Sie komplexere Objekte beschwören, benötigen Sie etwas, das man Zauberkraft nennt. Zauberanweisungen führen die benötigten Zutaten, also Ressourcen, zur Beschwörung eines Gegenstands auf. Sie finden einige für eine Tränkestation und einen Pflanztisch von Wälzer und Schriftrollen in Hogsmeade. Hab ich. Wo finde ich die Ressourcen, die ich brauche? Obwohl Ressourcen wie Mondstein sich zwar im Hochland beschaffen lassen, ist es weitaus sicherer und einfacher, sie zu kaufen. Nö. Man erhält sie auch, indem man Objekte aus dem Raum verschwinden lässt, wie die Stühle vorhin. Sie sollten jetzt ausreichend Ressourcen haben. Verstehe. Und kann ich Ressourcen zurückbekommen, wenn ich etwas Beschworenes verschwinden lasse? Allerdings. Hm. Gut kombiniert. Warum probieren Sie es nicht einmal? Los, beschwören Sie die Tränkestation und den Pflanztisch. Ich kriege eine eigene Tränkestation und den Pflanzenfisch? Sie sollten Sie ja bereits aus Ihrem Studium von Zauberpflanzen und dem Unterricht zum Brauen von Zaubertränken kennen. Ehrlich? Was ist der Unterschied? Aussehen wahrscheinlich, ne? Oh, wie cool ist dat denn, alter? Oder wie cool ist dat denn? Totenschädel. Oh Gott. Hm, steh ich mit hin. Hm. Ja. Nein. Nein. Pflanzentisch. Der passt gut. Die machen wir in der Mitte vom Raum. Aber hier ist das beste Licht. Gute Arbeit. Noch mehr. Um Pflanzen zu züchten oder Tränke zu brauen. Vorausgesetzt natürlich, Sie haben Samen- oder Zaubertrankzutaten in Hogsmeade oder außerhalb des Schlossgeländes besorgt. Das haben wir schon. Nein. Die wird Ihnen bei Ed Weigenfragen zur Verfügung stehen. Unterschätzen Sie ihn nicht. Hast du auch schon deinen Nings? Das ist auch schon deinen Raum, ne? Ah. Geh lang. Dafür sorgen bestimmte Zauber. Es wäre ermüdend, all die Fehler in Urteilsvermögen und Anwendung umzukehren. Ich hab ihn so schön gemacht. Doch der Raum der Wünsche braucht seinen eigenen Regeln. Ich mach meinen auch schön, okay? Hm, scheiße. Ich werde mich an Diek wenden, sollte ich etwas benötigen. Danke. Man kann mehr als einen Tisch hinstellen, ne? Für die Pflanzen. Kann man pro Tisch nur eine Pflanze machen, dann? Weißt du das? Nein. Guck mal hier, was ich schon alles gefunden hab. Aber Teppiche hab ich schon gefunden. Alles. Schreibtisch. Aber das ist doch hier ein Schreibtisch gewesen, den ich hab. Schauberpuppe. Ein Mondkalb. Die hat hier noch nie so viele Pflanzen gesehen. Oh, man kann sich sogar hier hin porten. Mondkalb kommt hier. Da, wo ich brau. Du bist Mondkalb. Oh, waschartisch. Bitteschwild. Boah. Groß? Oh Gott. Wie kann ich glauben, wie viele Tierwesen... Nee, warte mal. Schwimm mal. Was ist das denn hier? Wie kann ich das jetzt wieder verschieben? Wahrscheinlich so. Ja. Dann krieg ich Mondstein wieder. Okay. Okay. Kompost schneiden. Moment mal eben. Was ist denn hier oben? Nix, ne? Wie kann ich alle wegmachen, die Bilder? Und hier ist auch nix. Okay. Okay. Ähm. Das sieht doch kack aus, wenn du mit davor. Äh. Pff. Egal. Da hin mach ich das. Da beenden. Boah. Achso, okay. Statue. Worum ich die her hab? Was brauche ich denn noch? Den hab ich schon. Ich. Nö, das brauche ich ja das nicht. Heilträgen. Kann ich fünf Stück herstellen? Mache ich auch. Das weiß ich nicht, Leranta. Ich brauche Zaubertränke, Mila. Aber weißt du, ob man mehrere auf einmal machen kann? Nö. Wie cool ist das denn, Alter? Oh Gott, das ist so cool. Ja, stimmt. Mehrere Tische, ne? Aber das ist hier alles so... Ich glaub... Ich glaub... Aber ich glaub, das lohnt sich eher nur für die Pflanzen. Ja, das lohnt sich eher nur für die Pflanzen. Die kann ich glauben, wie viele Tierwesen sie haben. Das guck ich mir später mal an. Und nehm zwei Heiltränke. Das ist unendlich cool mit dem eigenen Raum. Also wirklich, das ist absolut cool. Was sollte ich da machen? Fokus-Trank? Ich schaffe die Zaubertränke Maximo und Eduros und teste sie. Ach, muss ich kaufen wahrscheinlich. Ja, ja. Ist halt das Symbol. Voll cool. Voll cool. Es gibt Tabletter, die kann ich selber herstellen. Ich muss nach Hox mit. Und ich muss mit der Quatsche noch. Ich bin bereit für die nächste Lektion, Professor. Also gut. Zuerst brauchen Sie etwas Mondstein. Mondstein können Sie außerhalb des Schlossgeländes sammeln. Sie können aber auch einfach Dinge hier im Raum der Wünsche verschwinden lassen. Kehren Sie zurück, wenn Sie genug haben. Dann beginnt Ihre Lektion. Ich hab genug Mondstein. Ich habe den Mondstein, den Sie wollten, Professor. Gut. Dann kann der Unterricht beginnen. Sie können nicht nur Tränkestationen und Pflanzentische beschwören. Mit Beschwörungen können Sie diesen Raum nach Belieben dekorieren. Versuchen Sie es an der Wand und mit dem Boden. Wie. Boden dekoriert und Wand. Hey. Ich will kein Hauself haben. Ich mach hier selber sauber. 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 Dekoration. Dekoration. Sniffler Bilder sind cool. Halten. Oh Gott, ist das cool. Ne, Flach. Joby Bait Oh Gott das sind meine zwei freunde voll wenig bilder erst oh Gott Bodendekoration Quack Mila, mein Raum ist voll hässlich. Nee! Näir! Neee! Scheiße! Egal. Okay. Ich bin mit dem Beschwören fertig. Was jetzt, Professor? Ich denke, Sie sind bereit für den Änderungszauber. Der Änderungszauber erlaubt es, Ihnen beschworene Gegenstände anzupassen. Sie können die Farben, Muster und Stile ihrer Möbel ganz nach ihrem Geschmack verändern. Fangen wir an. Passen Sie jetzt bitte genau auf, wie man den Änderungszauber durchführt. Hallo, No Name. Seid es noch nicht da warst. Errichten Sie sich. Änderungszauber. Und verändern Sie es mit dem Änderungszauber. Ja. Oh, wart mal. Ich kann... Boah. Scheiße, ist gesperrt. Ich kann... Ich stelle es wieder da hin. Wir ändern die Farbe ein ins Gegenstand. Das ist alles noch gesperrt. Okay. 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 Wie soll ich denn die Farbe ändern? Aber das stand da nicht mit F. Ach doch, da, Farbe ändern. Sorry. Okay. Alles ein bisschen dunkler machen hier. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Nein. Ich will doch nur den Teppich ändern. Kann ich nicht nur den Teppich ändern? Ach, ich soll die Größe ändern? Geht nicht. Okay. Was soll ich machen? Boah. Pflanzen. Auf jeden Fall das mit der Schlange. Ich höre auch nie zu. Ja. Mehr Ambiente. Ja, zeig mir, Dick. Ja, Dick. Professor Weasley sagte, du wirst nicht, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht sie denn am meisten an? Dunkel und düster. Genau. Der Raum soll mysteriös und gruselig wirken. Als wäre ich im verbotenen Wald, umgeben von Schatten. Hervorragend. Oh, bitte. Voll geil. Das ist komplett krank. Hm, was für eine Veränderung. Natürlich müssen Sie diesen Stil nicht beibehalten. Sie können jederzeit Dick bitten, ihn zurückzuverwandeln. Jetzt haben Sie viel über Änderungszauber gelernt. Danke, Professor. Der Raum ist voller Möglichkeiten. Boah. Allerdings, egal wie oft ich hier bin, der Raum überrascht mich immer wieder aufs Neue. Ja, können wir uns angucken, Teddy? Warte, ich glaube, ich kriege gerade neue Räume. Entscheidend. Oh, jetzt ist noch mehr Platz. Wie ist das passiert? Der Raum passt sich Ihren Bedürfnissen an. Er muss gespürt haben, dass Sie mehr Platz für Zauberübungen brauchen. Wenn Sie den Raum noch weiter anpassen wollen, können Sie das mit Zauberanweisungen. Sie finden mehr davon innerhalb und außerhalb der Schule. Danke, Professor. Ich halte die Augen offen. Gut. Der Raum gehört also Ihnen. Nutzen Sie ihn gut. Mila, alles gut? Ja. Du bist so voll im Spiel drin, ne? Oh, nein, oh, nein. Erstmal machen wir den weg. Der ist hässlich und der auch. Und den da hinten auch weg. Oh Gott, so viel. Farbe ändern. Farbe ändern? das muss alles dunkel alles soll dunkel sein ich bin ja dunkler paket überall sollte düster sein ich bin böse findet sie sollten stolz auf all ihre gebrauten tränke sein wo ist aber der und hast du da ist der unterschied ja ich habe so eine richtige gothic höhle mila chris dankeschön für den prime sub im 9 und dennis dankeschön für den 48 man vier jahre ja 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 hier hinten ist jetzt auch so ne ja gott ich liebe dieses spiel nö das auch schwarz bewusst nicht die kumpel die vorne aber aber warum kann ich den die stadt und jetzt so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ihr guckt zwar da ein bisschen rüber, aber egal Geek findet, sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein Baaaaa Dieg, ich wollte fragen, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Nein, die Statue konntest du nicht einschärmen. Machen wir mal Mond durchflutet. Und Koks, na, also, danke schön für die Wiesabend 19. Ist das hier gleich das neue Refle? Oh, das sieht auch dick aus. Ich glaube, das gefällt mir sogar noch besser. Ui, 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 ui. Oder? Ja, doch, das sieht geil aus. Boah! 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 Jo! Kerzenstände sind richtig cool. Nee, die Kerzenstände sind richtig cool. Aber weniger ist mehr. Das sagt man ja immer. Da hinten kann ich die gar nicht hinstellen. Lass es mal erst mal so. Pflanzen brauchen wir. Aber sieben Stück können ich haben. Ja, dann machen wir das doch einfach so. Welchen habe ich denn da hinten? Okay. Das ist natürlich unvorteilhaft. Dann machen wir hier überall drei Stück. Dann kann ich nämlich super viele Pflanzen farmen. Das passt eh nicht. War falsch. Dann machen wir die hier. Hier alle Tische machen werde. Hier so die ganzen Tische in den Räumen. Aber von Anfang reicht es ja. Oder, Mila? Ja. 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 Seht ihr gut? Mhm. Hier ist ein Appel. Okay, wir müssen mal weitermachen hier. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Warten kann man. Okay, okay, okay. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr fresh. Hast du deinen ganzen Raum schon fertig gemacht? So in Ruhe, Mila? Nein. Bist du müde? Nein. Du klingst so angeschlagen. So ein bisschen müde, so ein bisschen... Ich bin zu Hause. Hier drüben. Ich treffe mich jetzt mit Sebastian. Lange nicht gesehen. Mit Sebastian. Schön, dass du meine Eule erhalten hast. Ich muss dir was zeigen. Lass mich dir erstmal danken für das, was du in der Bibliothek getan hast. Natürlich. Scribner wollte mich nachsitzen lassen, aber ich habe meine Mittel und Wege. Du hast den Kopf für mich hingehalten. Und das ist viel wert. Hast du gefunden, was du gesucht hast? Das habe ich. Aber da fehlte etwas. Vielleicht sollten wir woanders darüber reden. Verstanden. Wir können gleich weiterreden. In der Krypta. Nicht mal die Professoren wissen von diesem Ort. Ja, oui. Hier lang. Okay. Genau hier gibt es einen Geheimgang. Sehr gut verborgen. Sehr gut. Wie hast du diesen Ort gefunden? Durch meinen Freund, Ominous Gaunt. Excellium. Wir haben hier immer Koboldstein gespielt. Mit meiner Schwester. Em. Sie liebte dieses Spiel. Wie gerne würde ich nochmal gegen sie verlieren. Hör zu. Ich habe Ominous geschworen, diesen Ort zu schützen. Also behalte das hier bitte für dich. Er vertraut niemand anderem außer mir. Schon seit wir uns kennen. Das will ich nicht aufs Spiel setzen. Früher sind wir fast täglich hier reingeschlichen. Wir wurden nie erwischt. Rebellion. Erstmal klauen gehen. Das wird sein. Ich kenne Omenis aus dem Gemeinschaftsraum. Er findet sich mit seinem Zauberstab im Schloss zurecht. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht wie. Omenis wurde blind geboren. Da hilft kein Zauber. Es ist fast so, als hätte sein Zauberstab ein Bewusstsein. Würde mich nicht wundern. Ollivander sagt immer, der Zauberstab wählt den Zauberer. Hat er so diesen Ort gefunden? Nein, jemand in seiner Familie wusste davon. Die Gorns sind voller Geheimnisse. Ich habe noch nie jemand anderen davon sprechen hören. Und auch noch nie jemand anderen hier gesehen. Erzähl das niemandem. Besonders nicht Omenis. Er hat für seine Familie oder ihre Geheimnisse nichts übrig. Aber dieser Ort bedeutet ihm viel. Natürlich. Omenis erwähnte seine Familie bei unserer ersten Begegnung. Dass er für sie nichts übrig hat, ist noch untertrieben. Gut, du verstehst. Wie dem auch sei. Die Krypta war der perfekte Ort, um sich vor neugierigen Blicken zu verstecken. Und dass er dabei war, um Dankeschön immer für den Support zu üben. Bye. Ach ja? Zum Beispiel? Den Explosionszauber. Das ist ja mein Zwei. Die Professoren sagen, der Zauber sei nicht geeignet für Schüler. Lächel. Eine magische Ausbildung sollte sämtliche Magie umfassen. Eddie, schlaf gut, Baba. Danke dir auch. Konfringo ist nur in ungeübten Händen wirklich gefährlich. Solche Zauber sollten lieber richtig gelehrt werden. Ehrlich gesagt, interessiere ich mich eher für feurige Formen der Magie. Aber du solltest ihn lernen. Ich kann ihn dir hier gefahrenlos beibringen. Ja. Bring mir den Zauber bei. Es kann dauern, bis man ein Gefühl dafür bekommt. Bewege den Zauberstab wie ich. Die Beschwörung lautet Konfringo. Also gut. Easy peasy. Du hast es raus. Wo ist der? Bin zu müde. Das ist der hier. Ein Blitz mit großer Reichweite, der Schaden verursacht, wenn er trifft. Gegner, die mit Feuer im Griff getroffen werden, erleiden für einige Sekunden weiter Schaden. Also dort in dieser Zeit führen Zusammenstöße zu Brandausbrüchen. Okay. Konfringo. Boah. Konzentriere dich aber auf die Ziele, damit die Rückseitein kracken bleiben. Versuch's mit diesen Armleuchtern. Beide sind gut gemacht. Wie ist das so? Ein bisschen heiß. Und so? Ich glaube, ich hab's. Gut gemacht. Ja. Verstörungstauber. Ich bin bereit für mehr Zauber wie diesen. Genau die Art von Magie, die ich lernen wollte. Ich kenne noch viel mehr. Ich übe hier schon seit Ewigkeiten ähnliche Zaubersprüche. Allerdings habe ich Anne und Ominous nicht von jedem erzählt. Ich war schon länger nicht mehr hier. Ohne Anne ist es anders. Das mit deiner Schwester tut mir leid. Wenn ich irgendwas tun kann... Wenn ich wieder nach Faldcroft gehe, könntest du mitkommen und Anne treffen. Sie kann Aufmunterung gebrauchen. Nö. Wenn es ihr nicht gut geht, will sie vielleicht keinen Besuch. Einen neuen Schüler zu treffen, ist genau das, was sie braucht. Glaub mir. Sie vermisst Hogwarts. Sie sitzt zu Hause bei unserem Vormund Onkel Salaman fest. Leider musst du ihn auch kennenlernen. Na gut. Sag mir wann und wir treffen uns. Prima. Übrigens, was hast du da vorhin in der Halle nicht sagen können? Wo soll ich da bloß anfangen? Du sagtest, bei deinem Fund in der Bibliothek fehlt etwas? Könnte es etwas mit Victor Rookwood zu tun haben? Er hat dich in Hogsmeade doch nicht wirklich mit jemandem verwechselt, oder? Dir entgeht wirklich nichts. Alles, was ich sagen kann, ist, Rookwood und Ranrock suchen etwas, das ich ihrer Meinung nach aus Gringotts gestohlen habe. Gringotts? Wann warst du dort? Professor Fick und ich sind nach dem Drachenangriff dort gelandet. Da war dieser Portschlüssel und... Ein Portschlüssel? Nach Gringotts? Nun, das ist alles etwas verworren. Ich höre... Nö. In dem Buch aus der verbotenen Abteilung fehlten Seiten. Das war es auch schon. Schade. Dachte nicht, dass du mich mit einer so vagen Antwort abspeist. Da sowohl Rookwood als auch Ranrock hinter dir her sind, solltest du den Explosionszauber noch ein bisschen üben. Bleib hier, solange du willst. Aber die Schlöster kannst du ja irgendwann knacken, Gordo. Und denk daran, dieser Ort bleibt unter uns. Jawohl. Komm, trinkt, wenn ich nach Peltkratz hier, gebe ich Bescheid. So, ich glaube aber, ich mache jetzt hier schon Schluss. Wir sind jetzt... Acht Stunden am Zocken. Und wir haben halb zwei. Und der Chat pennt eh schon komplett. Alle pennen. Gut, wir machen morgen dann weiter, würde ich sagen. Wieder so. 17, 18 Uhr. 17 eher. Also so wie heute quasi. Halb sechs so. Nein, nicht weiter. Ich bin auch müde. Ich werde auch müde. Und ich will ja auch, dass alle das mitbekommen und nicht einfach wegpennen. Die, die meisten zocken. Was meinst du damit, Bodo? Nicht rein, Chat. Morgen wieder. Oder, Mila? Ja. Ja. Morgen wieder. Der Davis hat mir gerade geschrieben, beziehungsweise von dem Discord, es gibt wohl einen Fix für diese Mini-Lags. Da muss man dann der Config was einstellen. Was ist denn hier los? Kontrinko. Expelliarmus. Akio. Levioso. Na, die, die, die schreiben, die zocken gerade bestimmt. Ja. Äh, Kobo, wenn ich teste das aus, und dann hau ich das ins Discord rein. Bitte geh nicht. Doch. Ich bin seit acht Stunden am zocken. Ich muss Pause machen. Ich muss ein bisschen chillen. Meine Augen, mein Gehirn. Müde, alles. Doch, 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 doch. Bin doch nachher wieder da. Lüge. Wie, Lüge, warum? Spielst du morgen, ne? Komm, trinko. Ich? Ja. Was hat das denn mit mir zu tun? Ja, warum? Wenn du spielst, spielst du auch. Ja, aber ich screen doch nicht. Nee, aber du bist ja dabei. Und du spielst, und ich spiele auch. Ne. Hä? Wie, ne. Ja. Ja. Sag ich doch. Okay, Chat. Dann wünsche ich euch eine wunderschöne gute Nacht. Und danke fürs Dabeisein. Danke für den Support. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Nachher geht's weiter. Gute Nacht. Tschüss. Bye-bye. Bye-bye, Chat. Bye-bye. Gute Nacht. Tschüss. 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 Ich zähle mal bis acht oder so. Warte, ich muss noch Herz machen. Ganz viele. Da sind ja nur noch ein paar wach. Und dann zähle ich immer bis eins. Drei. Tschüss. Vier. Fünf. Tschüss. Sieben. Acht? Dann warte ich. Und dann mach ich alles. Gute Nacht, Chat. Bye-bye. Tschüss. Tschüss.